Tatsächlich macht das gar nicht Spaß. Ähm... Hallo, bin ich da? Ja, ich bin da! Hi! Na? Äh... Ähm... Excuse me? Entschuldigung, äh... Hallo, entschuldigung... Er ist da! Oh Gott! Na toll! Weil er... Ja, er ist... Ja, er ist... Oh Gott, ich muss ihn hin. Ja, er ist im Stream. Hallo! Oh Gott! Hallo, hier bin ich! Hi! Ich bin... Ich bin sofort... Ich bin gleich... Warte, ich bin gleich da. Ich habe vielleicht ein Problem. Ich... Ich stehe mir mal wieder selbst im Weg. Äh, wie mache ich denn das? Warte, ich mache erst mal das hier. Und dann kann das da aus. Aha! Ah, schon viel besser. Hihi! So, oh, jetzt bin... Ach toll, jetzt bin ich in der Gruppenansicht auch noch drin. Kein Problem, kriegen wir hin. Ach, das war in-game! Ach so! Was war in-game? Oh mein Gott! Hilfe? Ach so, ach, ich rede in-game noch. Nee, doch. Haha. So, Breakfast Club! La, 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 la. Ach so, äh, Shanyira, hi! Ha, kann es vergessen. Shanyira! Shanyira! So. Include own image? Nope. Know the own image? Then you can look at the Cleo and the Miyako and the Shuni. Die sind nämlich auch am Tag. Ich glaube, ich... Ich, ähm... Warte mal, eigentlich müsstet ihr die schon so ein bisschen... Hoppla, hoppla! So. Hallo? So, jetzt hat man das wenigstens gehört. Ich, ich hatte eben nämlich da, ähm... Ne, wenn der Clip-Player vorne zu hören ist, das läuft über die, ähm... Hier über den Sound, wo ihr auch immer die, die Sound-Alerts hört und, ähm... Damit die anderen da nicht genervt werden, weil wir eh in Discord jetzt gerade uns alle gemutet haben, äh... Da ist das auch Wurst. So. Was wird da gelacht? Äh... Ich glaube, ich muss da gleich mal rein. Hm, 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 hm... Warte, warte, warte... Kontrolle, Master. Das passt. Das passt auch. Da können wir reingehen. Ich würd sagen, ich geh einfach mal hier rein. Deja vu! Ah, das wäre eine Deflasy-Von. Hilfe, warum? Hilfe! Hier funktioniert doch nicht. Hallo? Oh. Jetzt ist... Toll, jetzt hab ich kaputt gemacht. Na toll. Hä? Warte, ich versuch nochmal. Deja vu! I've just been this place before. I'm out of the street. And I know it's my time to go on. Calling you! Hey! Yahoo! Was ist denn? Mach doch jetzt nicht mein Dings kaputt! Hallo, Pingu! Toll. Hallo, Wolfi! Wolfi war das, glaub ich, ne? Au! Ähm... Ich muss das Game nochmal einstellen hier. Spielaufnahme... Ging das mit... Ja! Ja? Hä? Was ist... Ihr macht meine Alertbox kaputt! Warum? Toll, Schuni. Ähm... Warte, warte, warte. Warum hier ist... Ich mach das einfach mal. Okay, ich... Ach doch, der Blackout Club. Ich wollt grad sagen, ich krieg das Spiel nicht über... über Dings rein. Ich krieg das Spiel nicht rein. Aber doch, da ist es. So. Weiß jemand noch, wie man schleichen? Jetzt geh ich... Mach ich den, oder mach ich... Ich will kriechen. Ist eigentlich egal, ne? Ich bin ja halb transparent, von daher ist das... Ah, okay. Mache ich, glaub ich, das so oder so? Ich fühl... Ich fühl... Hier, hier fühl ich besser. So. Äh... Ich mach die Musik mal eben aus. Dann geh ich mal zu den anderen rüber, weil ich glaube, ich bin so weit... Ach, ne, die Rekt ist fein. Warte, genau. Wow. La, 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 la. Wo sind sie? Da. Ja, wow. Teaser mich, Cleo. Teaser mich. Okay. Okay. Äh... Gingi? Warte mal. Die sind in der Mitte, ne? Mitglieder. Body, Border. Ach so, stimmt. Ach so, warte, das mach ich einfach über die Seite, pass auf. Mach das einfach so. Schwupp. Aha. Easy. Ja, stimmt. Was? B für Bewegung. Wir haben gerade erst mal wieder rausgefunden, wie die Steuerung funktioniert. Hallo. Äh. Hallo. Äh. Ihr müsst mich nicht anbeten, ne? Das ist... Das... Das fühlt sich komisch an. Du bist bei Discord noch voll mute. Ich sag's doch. Legendary test. Ach so. Test, test, eins, zwei, äh... Ist ihm egal. Mhm. Mhm. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Hilfe, sie ist besessen. Every Luna, Remi, Jaco, 22, Rave. Ah. Alles klar. Was? Ja, das... Ja, das war gerade ein bisschen wild. Ähm. Ihr seid mir ein bisschen zu leise. Warte mal, ich drehe mal so auf. So. Guck mal, Chris. Das hier ist das Emote, das du nicht mehr hast. Ja. Sad. Ich glaub, ich muss das mal ändern. Die schöne Sonnenblume. Ich hab da gestern erst ein Abo geschenkt bekommen. Tatsächlich war so, oh ja. Aha, mhm. Ja, toll. Ja, ich hab meins gestern verloren. Deswegen. Und das ist dann ja mal so witzig, ne? Wenn du noch in irgendwelchen anderen Chats drinne bist, oder im Chat drinne bist, während du das Abo verlierst, kannst du noch so... Ja, ich poste das Emote nochmal. Weil du siehst es ja noch. So, und dann hab ich letztens erst bemerkt, als einer so fragte, sie hat mir, hey, man kann das nicht lesen, was du da postest. Ich hab das erst gemerkt. Oh. Hupsi. Das ist echt nervig. Vor allen Dingen, Twitch sagt... Also, manchmal sagt Twitch Bescheid. Du hast da kein Abo mehr? Verlängere das doch mal. Mein Twitch so, nö. Nö. Gar kein Bock. So, kann ich euch... Nur bei Chris und bei Shunny dauer. Kann ich euch ingame noch irgendwie lauter schalten? Sound. Nee, ist schon voll, ne? Aber ist das jetzt nicht komisch? Bei Mia ist ja auch in der Kollab und so. Ich hab nur bei Chris und Shunny alles um Dauer. Ich hab bei mir in der Regel auch ein Abo, aber meistens hab ich's da halt da nicht auf automatisch, weil ich das nur bei zwei Leuten habe, okay? Aha. Anfragen. Leute, ich hab letztens... Ich hatte letztens... Kein Witz, ich hatte 30 Abos auf automatische Verlängerung. Ja, Wolfi. Und deswegen musste ich sehr drastisch aussortieren und mach es seitdem nur noch händisch, okay? Verständlich, verständlich. Also, ich hab ja ein Abo bei Miyako. Ich würde mich ja schämen, wenn ich das... Ich hab auch ein Abo bei Miyako. Ich habe nur keine automatische Verlängerung. Hallo, Chris, Shunny und Myoka. Oh, Chris. Pingu. Ha. Wusch. Äh, äh, Miyako hat sie gesagt. Okay, Pingu, okay. Aber was mit dem automatischen Verstehen? Hab ich inzwischen aber auch rausgemacht. Sowas ist mal doof. Wenn du eigentlich gar nicht unbedingt... Das kann man auf automatisch stellen. Shunny, das ist immer auf automatisch. Das ist immer auf automatisch. Kann man das auf nicht automatisch stellen? Hab ich... Ja. Ich hab das regelmäßig kündigt. Ich hab gehört. Oh, Mann. Ich dachte, es gäbe schon die Möglichkeit. Das ist halt so das Ärgerliche da dran. Und wenn ich halt nicht ständig mal aussortiere, dann hab ich dann am Ende des Tages dann wieder 30 und wundere mich, warum ich irgendwie im Monat 500 Euro auf Twitch lasse oder sowas. Und das war halt schon echt kritisch teilweise. Deswegen hab ich das echt bei fast jedem ausgemacht. Nö, ist ja vollkommen fein. Deswegen. Wie gesagt, ich hab's auch rausgemacht irgendwann bei vielen, wo ich mir denke, okay, ich mach's einfach lieber persönlich. Ja, das ist sowieso was. Ich mag auch viel lieber, ähm, ja außerhalb von Twitch irgendwas dalassen oder so. Oder, keine Ahnung, viele haben ja auch eine Wunschliste irgendwie oder irgendwelche andere Dinge. Das sind viele schöne Sachen, ähm, wo ich finde, das kann man besser machen. Weil, wie gesagt, bei Twitch, ne, alleine 50 Prozent geht ja schon mal weg von dem Sub, so. Ne, das heißt, der Creator am Ende kriegt nicht wirklich viel davon. Ne. Dann lieber, Leute, dann lasst mal lieber eine Dono oder was anderes da. Oder auch. Ich hab's eigentlich überwiegend nur wegen der Kohlen überhaupt. Ja, ja, die Emotes, ne. Ja. Und dann ist natürlich wieder so, dann bist du als Nicht-Partner natürlich wieder so, hm, ja, ich hab aber nur, wie viele Slots hat man? Neun? Ja, ich will mehr. Ja, echt, ich will auch mehr. Ja, wir kriegen ja beide wieder eine neue Animierte, ne? Also. Mhm. Hab ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Also. Also, ich weiß nicht, wann das jetzt genau kommen soll, aber sie haben gesagt, die Animierten verdoppeln sich sowohl für Partner als auch für Medien. Oh, das ist schön. Ja, mehr Animierte. Ich will mehr Animierte Modes. Vor allem, da kann ich meine Alten wieder reinmachen. Ich muss ein paar rausmachen. Ich find halt, sie können ruhig noch ein paar normale Slots dazuschmeißen. Jetzt gar nicht krass viel oder so für Affiliates, aber vielleicht nochmal fünf oder so. Weil als Partner kannst du ja am Ende irgendwie 50 haben. Ja, für mich. Nee, also als Partner kannst du 50 oder so. Die haben super viel. Das ist schon echt viel. Eben, also als Partner kannst du gefühlt nur 100 Emotes am Ende des Tages haben. Da werden sie uns doch wohl 15 gönnen können, oder nicht? Echt, Mann. Ich bin dafür, es gibt nur noch animierte Emotes. Muss ja nicht, muss ja nicht. Was teuer die sind? Hä, ist doch, ey, wieso, du kannst doch einfach sagen, ich packe da normales Bild rein. Ja, oder, aua. Ah, hm, da geht's. WLFYT macht Miyako unterstrich V zum Bewohner. WLFYT giftet A tier 3 sub to Miyako unterstrich VT. WLFYT. Das ist der first gift sub in the channel. YT. Wolfi, danke schön. Wolfi gönnt heute. Ich habe dieses komischen Dance überhaupt. Ja. Chris. Ja. Was? Ich habe nichts gemacht. Wo ist Fanti-Emote? Äh... Was? Fanti wurde entfernt? Fanti wurde entfernt? Ich habe T2 nur wegen Fanti. Wo ist Fanti? Hä? Was für ein Fanti? Soll ich das mal nachgucken? Hä, Fanti ist doch da. Fanti müsste... Bei mir ist Fanti nicht da. Alles falsch gemacht. Äh, Cleo? Ich will ja nicht... Also, Cleo. Glaub, du hast kein T2 mehr. Hä, doch, habe ich. Nein, Mann. Hä, ja, aber selbst wenn ich keinen T2 mehr hätte, müsste ich ihn ja sehen, als nicht freigeschaltet. Ach so. Er ist bei mir nicht da. Du siehst ihn nicht? Okay. Warte mal, wo sind denn meine? Da vorne? Grittisch? Grittisch? Wait, Wolfi. Ich gucke sonst mal. Wolfi hat mich hier... Ich habe vergessen, zu mir heiz zu sagen. Oh, was? Wolfi? Nein. Ja. Aber tatsächlich habt ihr auch irgendwie keinen T2 mehr. Warte mal. Aber ich sehe ihn ja trotzdem, wie normalerweise müsste er mir ja angezeigt werden, als du kannst ihn frechhalten, wenn du das und das... Ja, müsstest du... Lad doch die Seite nochmal neu. Oder das? Oder so, warte mal. Einstellung. Oder so. Affiliate. Komm. Oh, wir haben keinen Bummel. Gimmeln, wie geht's die ganze Zeit in diesem Waggon rum? Ja, ja, finde ich auch. Ja, wir fangen gleich an. Ich hab damit nix... Ich hab da nix... Okay, Babyklappe. Handautomat, wo ist er? Er ist Handautomat. Nee, ich hab ja bemerkt, dass das... Wolfi wieder T3 macht. Wolfi ist auch... Winn. Oh, voll die Gönner. Oha. Verdammt, wo hab ich den... Ich hab irgendwo hingeklickt. Oh nein. Ich hab irgendwo hingeklickt. Ist gar nicht gut. Wie komm ich denn jetzt hier wieder zurück? Zurück. Wollte... Ich wollte nicht... Ich wollte das Interview nicht machen. Oh mein Gott. Was denn? Ich wollte gerade drei Subs giften und hab aus Versehen fast 100. Ich hab aus Versehen noch 100, ich klicke. Ich hab dich echt gehrt und nerven. Wir müssen grenzen setzen. Aua, na, 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 na. Ich fang... Kleoklysmus macht drei Personen zu Bewohnern. Kleon, danke schön. Danke für die Nagis. So, seid ihr bereit? Nee, nee, wundert mich nicht, Wolfi. Ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaub, ich bin bereit. Thank you very much. Ich werde gleich eh feststellen. Willst du die erste Region oder die zweite haben? Was? Der erste. Ja, die erste. Vielleicht wieder so zum Reinkommen. So, mir egal. Es ist mir egal. 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 Okay, ich warte. Okay, ich warte. Ich hab kein Plan. Ich weiß, dass ich so die Augen schließe und, äh... So. Können wir bitte eine coole Slow-Mo-Walk this time? Ja. Wir machen wieder eine Slow-Mo-Walk. Gar kein Problem. So, and, äh... And we got the... This here. Ja. 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 Ähm. Ja? Ähm... Darf ich vorlesen? Weiß ich nicht. Ich dachte, suchen und zerstören. Das... Ja, irgendwie auch, oder? Und wir wollen einen Kitchen-Cleaner und Clean-Bloat machen für Bonus-Aufgaben. Hä? Ich putz nicht die Küche. Ich hab die nicht dreckig gemacht. Ich will die Küche putzen. Okay. Schuhli so. Ich kann was... Ich kann was sauber machen. Oh Gott, was da... W-L-F-Y-T macht fünf Personen zu Bewohnern. Ulfie, danke schön. Ah! Ah! Auf geht's, was los. Ah! Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Diese Dreh-Sensor-Alarm-Teile. Ja, das ist der Fachbegriff dafür. Oh ja! Vorsicht, da ist auch noch ein Blut. Danke schön. Da ist auch ein Kultist oder so. Wir können da nicht rüber. Ihr seid da drüber, aber warum? Warum sagst du, wir können da nicht rüber? Und ich so, ich geh rüber. Ja. Gab's nicht irgendeine Kamera? Du hast mir gar nichts zu sagen. Na, sowas von. Ah, andere Maustaste. Oh nein, das ist ein E-Kiefer. Wurde das gar nicht. Oh, Shinaira hat ja auch. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich hab's hier, ich hab's hier. Na, gucken, ob ich noch einen schönen Abend haben werde. Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh. Quiet. Genau, quiet. Weißt du, Cleo so, ich hätte jetzt beinahe gesagt, ich schüttel dir mein Herz aus, aber oh Gott. Und mein Charakter so. Oh Gott, ich komm hier nicht weiter, ich bin zu fett. Ja, gute Frage, oder? Ich glaube, wir müssen dem Fadenkreuz folgen, oder? Die Frage ist, kann es uns sehen, wo ich bin? Ja, genau. Oh nein, das ist der Seer. Okay. Ich glaube, das ist der Seer. Das ist der Seer? Ah, der sieht dich sehr. Hab aber was gesehen. Ach, ich hab'n Dings dabei. Und an Mirako ist voll reingelaufen. Ja. Also er ist in Mirako reingelaufen. Was ist zum Fuß das da? Ey, ich seh. Na. Minutin. Get down. Äh. Okay, mir macht's nochmal. Mein Problem. Me too stupid. Die Jagd ist öffnet, oh nein. Was für eine Jagd. Oh nein, was für eine Jagd. Come shake my hand. Ah. 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 Nein. Zifte. Was? Da hinten. Nein. Das hat doch geteasert. Sie sind doch geteasert. Könnt ihr mal das Fenster aufmachen? Die da weg. Still alive. Nein. So, Mann, nicht. So, you are, Anna, now. Wie ist das passiert, dass wir innerhalb von fünf Sekunden alle auf einmal... Ich bin geflasht, ja. Ich mach mal wieder zu hier. Kann man den irgendwie töten? Ja, das ist immer, wenn du irgendwie in ein Haus, oh Gott, wenn du in ein Haus reingießt oder so. Ist der jetzt kaputt? Wie soll ich denn an den vorbeikommen? Der wird aber bald wieder aufstehen. Ja, toll. Hi. Nee, du siehst mich nicht. Nein, 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 hier ist niemand. Ah! Alter. Äh, Taschenlampe? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ich hab das vergessen, wirklich. Tee war Taschenlampe und äh... Die linken... Rechte Maustaste ist Handy, wenn du... Toten Vogel einpacken, okay. Darf ich den essen? Nee. Wieso denn nicht? Könntest du ihn braten? Willst du ihn mit schön erst tun? Oh, ne Braten. Hier liegt ne Leiche im Flur. Wisst ihr das? Ja. Achso, ja. Leg die mal in die Badewanne. Vielleicht hab ich den getasert. Oh mein Gott, ich dachte gerade ganz kurz, es klingelt. Den Ding noch. Also, ich dachte, es klingelt hier. Okay. Oh Gott. Oh nein. Hier liegen noch Putzmittel, falls noch jemand welche braucht. Ich hab einmal putzt. Oh, glaub ich der nicht. Aua, ja. Au. Weiße, Bonkies. Ah, jetzt geht... Okay, wow, wild. Jetzt wieder wir den selben. Wir haben jetzt, glaub ich, jeder Einwand, oder? Ich glaub nur Chris nicht. Ich weiß nicht, wie's bei dir. Was hab ich nicht? Ich versuch's mit mir jetzt. Macht immer das mit dem Putzen. Ich hab da keine Ahnung von. Wow. Okay, wo du hängst. Nice. Okay. Was denn? Chris so, Frauen an die Macht, äh, an die Putzmittel. Ja, an die Macht, genau. Oh, da ist einer mehr vorsichtig. Ich wollt den toten Vogel einpacken. Oh Gott. Der Seher ist... läuft mir direkt in die Nase. In die Nase. Ist das der Seher? Ich seh nichts. Alter, warum sind hier so viele unterwegs? Alter, haben die keine Hobbys? Nö. Maybe. Okay, ich glaub... Alles frei hier. Ja. Oh oh. Oh oh. Warum läuft die auf der Straße? What the f... Ach, warum denn? Oh nein, kein Dietrich. Nee. Lass mich hoch, da. Ich komm hier nicht rein. Warte mal, hier muss doch irgendwo offen sein. Vorne bestimmt. Ja. Oh, in dem Haus ist einer drin. Ja, ja, da ist der Seher, glaub ich, auch drin. Ich bin eben voll reingelaufen. Ja. Ich will ihn unter mir stampfen, stampfen. Oh, der ist... Ja, der ist vorne an der Straße, macht Licht an. Ich geh mal ins Haus rein. Ich mach euch gerne auf. Äh... Äh... Da stehen drei Leute vor dem Haus. Ja, ja, geht mal hinten ins Haus. Ich mach mal oben... Ich mach oben Fenster auf, im zweiten... Ersten Stock. Ja. Cool. Ja, bye. Äh, das sind zwei. Engel im Anmarsch, was heißt das? Das ist der Wandler, wir haben ihn... Oh nein. Oh no. Wir haben ihn quasi heraufbeschwonnen. Oh no. Wo ist ich? Mir wird schon verfolgt, tatsächlich. Oh, er ist unter mir. Ja. Woah. Miyako, er ist hinter dir her. Lauf. Frage ist, kann ich hier raus? Ja. Ja. Da kommt die Treppe hoch. Komm hier nicht rein. Wo ist er denn? Hinter mir. Weil... Oh nein. Wieso ist der? Wieso ist der? Wieso ist der hier auf dem Dach? Oh. Okay, ich renne jetzt panisch einfach durch die Gegend. Was ist denn dieser blöde Vogel? Der ist unten im Haus. Nee, Schuni, bist du noch im Haus? Nee, ne? Ja? Kannst du mal ein Fenster... Mach mal bitte unten ein Fenster auf. Okay, aber das Problem ist, dass ein Seher hier ist. Ja, hinter dir irgendwo Fenster aufmachen. Dann komme ich hier nämlich aus dem Badezimmer raus. Oh, hier sind gar keine Fenster, wow. Ja. Das ist ja richtig bitter jetzt. Komme ich durch die Tür? Nein, sie kommt näher. Nein. Schuni, kannst du hier die Tür aufmachen? Das ist eine gute Idee, die Tür aufzumachen. Ja. Ich habe nach Fenstern Ausschau gehalten. Ich so, hey. Ja, danke. Sonst muss ich die einkicken. Diese, ja. Ui. Bye. Ich so, es gibt keine Fenster. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass da eine Tür ist. Ach, warum läuft der jetzt hier unten durch? Have a great time. Haben wir diesen Vogel immer noch nicht ausgehoben? Nee, wir sind dabei. Ist er da? Oh Gott, er ist da. Ja. Ach, der ist da. Nein. Hey, Pal! I wanna take you home. Oh nein, es sind kommen. Oh nein, Leute, ich bin erwischt worden. Ich bin tot. Ich wollte, ich kann, ich kann ihn... Nein, lass doch los! Ich kann mit dem Elektroschocker nichts machen. Auch jetzt. Warum sind die denn so aggro? Die waren doch beim ersten Mal nicht so aggro, oder? Hey, look at us. Technically competent. Mmh, lecker Taube. Cool. Nein. Warum kann... Ah! 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 Okay, ich habe hier irgendwas... Aua, ich habe hier irgendwas reingejagt. Ah! That was new rules. Aua, wieso... Ich komme hier nicht raus! Die Form kommt für sie. Oh nein, Mausbau... Äh, ich will nicht. Ich kann nichts machen. Okay, der Wandleister ist da. Aber Chris jetzt auch. Ähm... Kritisch, Leute? Kritisch? Wir haben uns voll angegriffen, die Sau. Hä? Nein! Oh mein Gott! Ach, die anderen beiden sind ja betroffen. Verdammt. Hm. Okay, okay. Wo seid denn ihr? Das Problem ist, der Wandleister ist hinter mir her. Kann das sein? Äh, wir sind in dem... In dem Haus, wo der Vogel war. Erster Stock und ich. Versuch's. Aber mein Verstand gehört nicht mir. Ja, ich bin wieder da. Gehen wir Mia holen? Juni, er ist hinter dir her, ne? Ah, er ist halt ab! Ja, richtig. Der ist hinter mir her. Er ist aber bei uns hier. Alles gut. Ja, genau. Okay, ich gehe jetzt mal. Was ist... Was ist jetzt? Ich soll das Handy zurückholen, okay. Oh Gott. Oh, okay. Oh, nö. Oh, der Schäfer ist gekommen. Oh, die jetzt ist... Ja, er ist hinter dir her. Ich kann mit dem Druck nicht umgehen. Oh, Brudi! Was müssen wir denn jetzt machen? Runter, oder? Nein! Ich lockiere die Möglichkeit weg von euch. Ah! Hier ist einer. Hä? Der Juni macht einfach da... Achso, du hast einen Greifhaken. Ja, ich übe jetzt gerade ein bisschen mit ihm. Oh nein, das Handy ist unten in der Dings, ne? Warte, dann gehe ich hier runter. Oh, nö. Bin auch schon runtergegangen. So, wohin muss ich eigentlich? Oh, wow. Ach, nee. Shit, hier... Oh Gott, was? Oh, was war das denn? Ich bin geflasht irgendwie. Oh nein, er ist hier. Er ist hier. Er hat mich gleich. Ich will das nicht. Oh, nö. Komm ich denn da nicht runter? Oh Gott, okay, da sollte man nicht... Lassen Sie mich. Cleo, lauf! Ich versuch's. Mirko ist auch unten. Wie bist du nochmal da runtergekommen? Über die Garage, oder? Äh, nee, in der Küche. Oh Gott, die Küche. Von dem Haus mit dem Vogel, oder? Chris, du not very? Oh nein, er kommt. I'm... I'm servicing you, and I'm going to... Ah! Chris, ja, durch das Fenster hier, wo ich gerade durch bin. Okay, okay, ich komme. Ah, Wolfi, ich muss das gleich mal... Du brauchst Dietriche für jedes Ding, also... Wolfi, probier mal Hack. Ausrufezeichen Hack. Ich hab... Aber Pat ist eine gute Idee. Den könnte ich auch nochmal mit reinpacken. Und was hat der Club got to say? Oh, wir können... Oh nein, er kommt. Ich dachte, ich hätte es. Ja, aber ich werde gleich mal sterben. Es tut mir so leid. Nein, Cleo, no! Er ist hier, ich höre ihn. Oh, du siehst. Nein, 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 nein. Er ist irgendwo da oben. Nein, 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 da ist auch ein kleiner Hohen Sohn. Okay. Ha? 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 Pat entdeckt. Okay, cool. Was? Ach. Ja, ist der Pat. Wo ist denn dieser düsselige Ausgang, Mann? Hm, da, wo wir hergekommen sind, oder? Also dieses Höhlen-Ding. Nee, jetzt ist das mal ein anderer. Nein, lassen Sie mich! Oh nein. Oh nein, der Seher kommt. Oh, warum denn? Ach, warum? Hässliches... Au. Oh, nö. Du musst wieder zurück. Okay, das war's. Shh, 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 shh. Jetzt muss ich da auch zurück. Okay, shh, shh, shh. Haben wir das denn nicht? Warte, ich kann mal. Verdammt, ich hätte... Ich bin am Ausgang, aber ihr glaube ich nicht. Oh, is... What does she hear by us? There it is. She will find you. Okay. She will find me. Schlagen Sie jetzt zu! Aber auf wen? Hier ist keiner. Sollt ihr nicht schlagen. Na gut. Pat gelöst. Na, danke, Wolfie. Na. Wenn ich so, als wenn ich... Cleo, der ist ja wirklich bei dir. What the heck. ...ich gerade irgendwie nicht, äh... ...konzentrieren müsste, aber egal. Ich glaube, das können wir jetzt abhaken mit der Reine. Oh nein! Oh Gott! Ich war gerade ausgetappt! Ich musste Dinge tun! Ausrufezeichen, tap! Ja, bei dir! Aber ich musste ja... Was, bei mir? Ja, bei dir. Ach so, du musstest. Ach, bei mir geht das nicht. Aber ich musste. 121 Meter von mir noch entfernt. Shit. Ich komme hier gar nicht weiter. Ich meinte natürlich... Ich komme hier gar nicht weiter! Oh mein Gott! Get down! Verfolgt es mich? Oh Gott, ich habe mir die Füße gebrochen. Das ist aber egal. Bitte, ich sehe nicht die Füße. Also das Ding ist, ich bin hier gerade in der Ausgangshöhle, aber er kommt halt irgendwie nicht. Aber ich habe halt immer noch dieses, dass er mich eigentlich verfolgt. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Er war vor kurzem hinter mir. Also ich glaube, der ist irgendwo... Shit, kann ich hier aber auch porten. Oh nein! Dieser heilende Schreie. Nein! Es ist fantastisch! Tonstreich, wir können uns vorbeischleichen. Oder auch nicht! Zu Verletzungen zu entkommen. Ich bliebe es. Betreten, Wandler, Schließfächer. Dankeschön, Mia. Aber ich weiß nicht, wo lang. Ich gehe runter. Ach, zum Ausgang. Haben wir es schon geschafft? Und schon hier. Oh wow. Okay, okay, okay. Ich habe mich verlaufen. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ich hänge doch hier noch unten drin. Und die anderen so zum Ausgang. Ich so, äh. Das muss nur noch Chris kommen. Ja, ich bin doch gerade erst hier angekommen. Chris ist ganz schön weit weg. Oh yeah. Alles wie immer, Leute. Alles wie immer. Hä? Und das Geile ist, ich glaube, ich verlaufe mich gerade wieder. Du bist in der Höhle, aber warum Chris? Hä? Weil hier das, weil hier das Ziel war. Und dann habt ihr so, ja, wir haben es gelöst. Und ich so, oh Gott, was? Ja. Hallo, Cat in Bathroom. Oh oh. Hallo. Ist er da? Okay, dann probiere ich da rauszugehen, wo ich reingekommen bin. Weil ich weiß nicht, wie ich hier sonst aus der Höhle da vorne hinkomme. Oh, da kann ich runter. Oh, ich kann sehen, was für Items ihr in der Hand habt. Oder? Reinigungsmittel habt ihr? Außer Chris. Ja, bitte? Und Mia, was ist das, was du hast? Hände. Wieso sei es für dich noch weiter nach unten? Du rückst nach oben. Ist das der Taser? Wer ich? Nee, das ist Hände. Ich kann oben nicht, ja, ich muss doch aber, ich kann oben ja nicht weiter. Ich weiß nicht, wo es dort weitergeht. Deswegen gehe ich den Weg wieder zurück, in den ich gekommen bin. Doch wo war dies? Ja, ich mache Wolfis Kommentar. Lass Chris zurück und machen Mädels Party. Viel Spaß. Werde ich mich wieder alleine durchschlagen. Ich mache den Rambo. Das Stimme an der Sache ist nur, Wolfi, das geht nicht. Wir müssen ihn mitnehmen. Ohne ihn kommen wir hier nicht weg. Ich bin eine Last. Jawohl. Warum sagst du das mit so einer coolen Stimme, Chris? Weil ich das gerade muss. Ich muss das sagen. Ich bin eine Last. Ich gucke jetzt in diese Kiste rein. Wow, ein Blendkanate. Ja. Ihr könntet mir vielleicht sagen, wo ich, wo ich, ich weiß nicht, wo. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hergekommen bin. Oh nein, Chris. Hilfe. So, wer bin ich? Wo bin ich? Ja, wie viele? Genau, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Was das verkürzen würde, wäre, wenn Chris sich einfach opfern würde. Und sich einfach stoppen lassen würde. Wenn er tot wäre, könnten wir, ähm... Hm. Geronima? Hi. Na, du? Hab mich lieb. Komm, hab mich lieb. Komm, hau. Liebe mich! Oh, man, ich hab nur Spaß gemacht. Wie bitte? Ich höre ihn, ich höre ihn. Und jetzt müsst ihr mich holen. Nee, müssen wir ihn holen. Okay, dann halt nicht. Wo geht's denn? Oh, was ist das? Aha. Sehr interessant. Guys, please. Not the shape. I can hear you, kids. So schön. Umarme mich. Umarme die Ewigkeit. Ah, okay. Danke für dein Opfer, Chris. Danke für dein Opfer. Bitte sehr. I'll be there for you. Ach so, das heißt, wenn einer besessen ist, kannst du den einfach lassen. Okay. Ja, genau. Es müssen nur die hinkommen, die wach sind quasi. Hm, hm. Uwu. Chris. Wo ist der Nüsse-Song? Der Nüsse-Song? Er ist da. Ja. Ich will jetzt gerne träumen, aber ihr das könnt grad nicht. Und ganz zum Schloss, die Walnuss, wunderbar. Ich will so leid. Aber warum? Aber warum? Es ist so, dass wir nicht mehr die komplett lange Version dran haben. Hä? Ich erinnere, wenn wir in den Nüsse-Song vorhin irgendwie drei Minuten gingen. Yes, this is working. Die gingen nicht drei Minuten, die gingen 2,55. Yes. Oh Gott, ich sehe nur. Fail, dies, das, jenes, Hilfe, ah. Okay, Stimme verändern. Das haben wir ja gemacht. Ich muss mal irgendwie meine Prioritäten erklären hier, weil irgendwie ich kann Dinge nicht machen, wenn Dinge noch ausgeführt werden. Ich muss ganz kurz was gucken. Hey, ja klar, ist gut. Ich, ich, ich träume nicht. Ja, okay. Ihr habt meine Alertbox kaputt gemacht. Oh nein, warum habt ihr das gemacht heute? Aber ich wollte die eh nochmal überarbeiten, weil die halt nicht richtig funktioniert. Da steht jetzt die ganze Zeit Deja Vu. Egal, was kommt. Deja Vu. Deja Vu. Wieso kommt immer der Alert Deja Vu? Ja, Wolf, ich weiß es nicht, weil ich es kaputt gemacht habe. Ich weiß auch nicht, warum. Ja? Oh nein. Deswegen habe ich ja unter anderem noch die. Weißt du, ich kann ja einfach. Pass auf. Wir lösen jetzt einfach. Ach nee, doch, das geht. Nee, warte. Ach egal, meine Ohren brauche ich gerade nicht. Äh, pass auf. Was? Cleoclysmus macht zwei Personen zu Bewohnern. Ah, Cleo, danke. Danke für die Nagis. Ich wollte in der Beziehung mit Schoni einmal top sein. Aha. Los, Schoni, los. Okay. Kritisch, Chris, kritisch. Hä, was? Also ich, also ich sag da nichts gegen. Ich, ich mag Nagis. Wenn ihr hier Nagis reinwerft, nur um euch zu battlen. Mir ist auch egal. Let's go. Ich halte niemanden auf. Ich träume jetzt eine Runde. Äh, und zwar ohne, ohne Brille, habe ich gehört. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh nein, das fun- Ach. Warte mal, ich muss mal eben mein Bot checken. Das funktioniert jetzt nicht, weil der von irgendwas aufgehalten wird. Aber warum heute, warum normalerweise klappt das? Ich glaub, Wolfi war's, der hat's kaputt gemacht. Wolfi hat alles kaputt gemacht. Warte mal, paused. Yes. Aber why? Ich hab gar nichts gemacht. Why is paused? Ich glaub, warte mal. Ich mach mal das hier. Und dann mach ich das mal wieder. So, mir weg. Ist immer noch paused. Okay, jetzt geht das. Okay. Okay. Miss? Was? Was war das denn? War das nicht der Gartik-Sound? Ja, wir spielen jetzt Gartik. Hab ich gehört. Yay! Oh nein. Yay! Oh Gott. Ich muss wieder ins... Ich hab einen Wechsel. Verdammt, ich muss wieder ins Fenster zurücktappen, aber ich find's nicht mehr. Wo ist denn das? Oh nein, Matt, Chris, die Brille abgenommen. Du siehst komisch aus. Ich träume jetzt. Laugh, 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 laugh. Oh Gott, ist das laut. Laugh, 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 laugh. Ihr Bruder sprach von lange Zeit. Er sagte, er dachte, er sei ein Freund, aber stattdessen er sei ein Feu. Whoa, du trägst in den ersten Karten? Oh, nerd. Look, wie ein süßes Problem geht hier. Recruiting Hosts weg von der Management der privaten Klub. Aber die Idee... Du bist kein realer Spheromancer. Hey, ich bin ein sehr realer Spheromancer. Du bist kein Spheromancer. Ja, aber du merkst... Also, ja. Wie auch immer man das gesagt hat. Same old song. Okay. Ja, genau. So, ich hab fertig geträumt. Nice. Jetzt weiß ich nur nicht... Jetzt müsste ich ja theoretisch mir irgendwas leisten können, aber ich... Ich glaube nicht. Mit F? Weiß ich, keine Ahnung. Hier steht irgendwas. Hier ist irgendwas blau. Keine Ahnung, was das heißt. Du hast einen Fertigkeitenpunkt, ja. Ich klicke mal hier. Ich bin ja eigentlich was... Also, gibt es irgendwas, was du schon mal geopfert habt? Außer euren Körper. Das geht ja. Ja, wenn du bestimmte Gegenstände einsammelst oder so gehabt hast. Ja, ist ja... Ist ja wurscht. Ich kann hier einfach irgendwas draufklicken. Ich weiß nicht, was das... Ich glaube, wenn du deinen Körper opferst, dann bist du ja wieder auf null mit den Leveln oder sowas, ne? Glaube ich. Ja. Wahrscheinlich. Weil irgendwas muss es ja dann nach... Könnte Chris opfern. Wie bitte? Chris hat sich schon geopfern. Ja, true. 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 Wo soll ich denn draufklicken hier? Darauf? Achso, ich muss gedrückt halten. Was ist das? Ist das ein Herz? Ne. Keine Ahnung, was das ist. Wo ist... Das ist Telefonsprech, was du da gerade hast. Achso, Telefon. Wo ist das Herz? Äh... Ist das nicht bei den Hauptdingern dabei? Da ist das Herz, glaube ich. Da ist das Herz. Hier ist ein Herz. Der ist das Herz. Ich kann aber nicht draufklicken. Ja, aber du zwei Punkte brauchst und du hast nur einen. Ah, warum habe ich denn nur noch einen? Ach man, ich dachte, ich hätte einen. Okay, kann ich damit irgendwas machen? Kann ich da... Ne, da kann ich nicht draufklicken. Ich habe beim letzten Mal gespart. Stimmt, ich wollte sparen, ne? Ja, Eko-Runde. Eko-Runde? Eko-Runde. Mhm. Okay, dann. Nächste Runde. Also nur Pistol. Pistol-Round. Neue Runden, neue Kunden. Und Messer. Yeah. Da steht irgendwas. Mir egal. Ist egal. Ist egal. Da, sieben, sechs. Das kann ich noch lesen. Das ist groß genug. So gerade. Das ist immer so ein bisschen kritisch, weil ich habe... Oh nein, jetzt erfahre ich nie, was kritisch ist. Oh nein. Klebe, du musst wieder von vorne anfangen. Bei mir, ähm, Walo und ich war dann auch immer so rein in die Olga und dann hieß die... Oh. Ähm. Ich habe immer mit einer Walo gespielt und dann meinte ich halt immer so rein in die Olga und sie so, meine Konto heißt Olga. Können wir das bitte nicht sagen? Hi. 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 Also meine Mama heißt nicht Olga. Also können wir das sagen. Meine Mama heißt auch nicht Olga. Meine auch nicht. Also fein. Meine Mama heißt Heide Rose. Cool. Was? Was weiß ich für dein Name? Heide Rose? Nee. Heide Rose, ja. Heide Rose? Heide Rose Amalia. Das ist doch ausgedacht. Ich kann gar nicht mit Namen an. Also der Name, der Name, der, nee, der Name klingt ausgedacht. Jetzt müsstest du eigentlich sagen, alle Namen sind ausgedacht. True, true. Mhm. Okay. Schon liest du wieder vor, oder? Ich habe leider schon weggeklickt. Ach, Schuni. Kann jemand für mich vorlesen? Ist du allein? Ja, ich kann nicht vorlesen. Ich kann so wenigstens vorlesen. Nee, ich kann nicht. Okay. Chris, warte, ich kann es von dir vorlesen. Ja, genau, lest von mir vor. Das stimmt, das stimmt. Es sind nicht nur die Eltern, Lehrer und Polizisten. Etwas noch viel Älteres hat hier die Kontrolle. Die ganze verdammte Stadt gegen, tja, uns. Wir müssen, was, Redacre zeigen, dass wir keine Angst haben. Redacre. Selbst wenn wir nur so tun. Ah, okay. Das ist der Ort, wo wir sind. Redacre. Ah. Ja, ich sag Redacre. Weck die Menschen auf, bring sie dazu, sich uns anzuschließen. Oder, falls alles schief geht, uns zu ersetzen. Wow. Ist Acre nicht ein Hektar? Okay, was steht, ich frage für einen Freund, was steht unten rechts? Mission Beginn, oder was kann man da machen? Ja, ja. Ah. Na gut, jetzt darf ich ja wieder. Oh, Mission, verdammt. Jetzt glaubt mir das doch wieder keiner. Ich schwöre, ich wusste nicht, dass da Mission Beginn steht. So, was ist, was hat Chad gemacht? Ich hab nix gemacht, nur Energy getrunken. Vielleicht zwei oder drei. Wir haben gar nix gemacht. Wir haben gar nix gemacht. So. Okay. Das kann weg. Wir haben, ich habe zwischendrin getrunken. Was müssen wir jetzt tun, was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Part gelöst. Ja. Sag mal. Ich hab nebenbei bei mir gerade den Watchtet gesehen und Nagi hat wieder irgendwas von dieser Allmachtskirche gepostet. Und ich hab gerade nur irgendwas von ihr ekelhaften Pornosender gelesen. Und ich war so, okay. Äh, das hab ich auch gelesen. Kinky, ja, kinky. So. Wow. Was ist das? Betäubungspfeil, Stolperdraht. Was soll ich denn damit? Schaum, ach, Schaumkanister. Juni hat keine Lust? Okay, gut, tschüss Juni. Ne, da wollte ich auch noch ein paar Leute fangen. Ja, Nagi ist da zum Glück immer relativ hinterher und prostet immer alle möglichen, ähm, Listen nach Leute, die er so findet. Nagi, so, ich will vom Hauptberuf Mod sein. Ja, wirklich. Ich und mein Mod, ich und mein Mod. Aber ich bin da echt dankbar drum, weil ich hoffe, wenn ich Nagi nicht hätte, ich würde sowas überhaupt nicht mitkriegen. Okay, geh nicht ins Licht. Okay, über uns ist eine Drohne. Wir sollten ein bisschen vorsichtig sein. Nein, oh nein. Ich geh auf der anderen Seite lang. In dem Moment, wo sie für mich drüber fliegt. Ach, down, down. Wot, 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 wot. Ohne sie woanders, bitte, danke. Ohne sie woanders? Oh nein, der Seer ist bei mir. Wie Schablonen. Okay. Also ich hab jetzt drei Schaumdinge. Kann ich alle nehmen? Na, wir sollten schauen, dass wir alle welche haben, weil sonst haben wir das Gesatz vom letzten Mal. Ich meine, es gibt ja in dem Haar, ich hab voll an welcher vorbeigelaufen. Entschuldigung. Geräusche sind so fröhlich. Endlich kann ich zum Baumhaus hochklettern. Oh, yes, geil. Du hast dann drei Fahrten. Baumhaus-Party. Ja. Ihr könnt aber jetzt auch hoch. Ich hab die Leute eingelassen. Oh nein. Kick dieses in. Kann ich das hier einkicken? Oh, nee, hier steht nicht. Wenn ihr in die anderen Häuser geht und auch jeweils drei nehmt. Ich geh mal durch das Fenster, was hier oben steht. Einfach, weil wir dann die Locations wissen. Oh Gott, oh nein. What? Was sind die Schaumkanister davor? Tuni, geh mal in ein Haus rein. ins Haus rein. Okay. Äh, ich hab vielleicht alle mitgenommen. Und jetzt wir... Was ist das? Kokos? Communities? Was ist das? Ist das Geld? Nee. Was ist das? Weh, die kommt jetzt raus, die alte. Ich hab hier so einen Koffer. Da ist irgendwas drin, aber dieser Koffer sieht aus, als wäre da hier so eine Matrix drin. Also, der sieht aus, als wäre der nicht echt. So ein Hologramm oder sowas. Tracker. Oh, da ist ein Tracker drin. Dann nehm ich den besser nicht mit. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Sorry, ich... 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 Ich würde verfolgen, dass es gut nicht banelt. Oh, da... Ach so. Oh, warte. Oh, ja stimmt. Die fallen. Ja, ja, ja. Warte, wie ging das noch? So, ne? Ne. Aufzeichnung? Ne. Ah ja, Wurf. Draufwerfen. Ich hoffe, ich treffe. Jawoll. Oh, das ist ja easy hier, die Dinger. Gar kein Problem. Flatsch. Oh, die Lichterkette ist schön. Niemals ohne Drohne. Ich hab meine ja auch immer noch auf dem Rücken. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Ich weiß gar nicht, wo noch... We did it. Wir haben's gemacht. Möchten Sie noch drei, oder? Hey, ihr habt's schon geschafft? Wild. Ne, wir uns fehlen noch drei. Also. Flatsch. Achtung, Mia. Rechts von dir. Quiet. Soll'n das? Ey. Chris? Ich habe mich verworfen. Chris? Ja, klar. Ich habe mich verworfen. Mia, Kosovo, ich überwerfe dich hier gleich mal. Ich meinte natürlich, äh... Hoppla. 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 Er nicht? Wie, er nicht... Wird? Wollt ihr? Redet denn da? Ach, Juni hat wieder angerufen, ne? Ja. Gib den Klingelstreicher ein bisschen, ne? Hier ist eine. Ich teaser dich, du dumme Kuh. Oh oh. Ich lieb's. Oh, ach, da oben ist noch einer. Warte, ob ich die treffe von hier aus? Okay. Okay, jetzt... Okay, jetzt ist die Frage, war es Miyako oder war es ich? Ich weiß es nicht. Ich glaube... Wir waren es beide. Ja, wir haben es... Genau, einfach beide. Ja, genau. So, was? Nee, ich habe es sogar gesehen. Wir sind beide drauf. Äh, ich habe ich sogar getroffen? Ja, du hast es sogar getroffen. Wow. Ich meinte... Was? Was? Wieso? Feuerwerk! Oh, Feuerwerk! Ja, Weihnachten. Wie geht das? Oh, da kommt jetzt Ladung runter. Wow. Ach so. Er hat gerade seine Seele verkauft. Ach so, er verkauft... Warte mal, ich kann hier das Ding nicht machen. Nee, das Ding? Oh. Ja, bitte? Ich habe gar nichts gemacht. Oh, oh. Cleo so... Nee, alles gut. Es war nicht Chris schuld. Ich habe irgendwas geworfen, was Geräusche macht. Cleo ist die einzige Person, die jetzt abverwandeln machen muss. Oh, mein Gott. Hilfe! Was habe ich denn geworfen? Es ist gut. Kannst du irgendwo ein Fenster aufmachen? Geh, lass mich in Ruhe! Ich in Ruhe? Ich tiser dich nochmal. Ich schwöre bei Gott. Ja, hier, komm rein. Lass mich immer raus. Kannst du hier auch ein Fenster aufmachen? Fakt für einen Freund? Ich habe das rumgeschreit, wirklich. Ich habe mich nur so erschrocken. Oh, da ist ein Fenster auf. Wie soll ich denn da reinkommen? Oh, da komme ich rein. Ich kann jetzt Wanzen machen. Aber du, die hast du. Ha! Ah, hier wird einer rein! Mir! Hilfe! Oh, nö! Das ist jetzt kritisch. Oh, er kommt. Damn! Das ist sehr kritisch. Damn! Das ist kritischer als kritisch. Cleo, what did you do? I, I, I don't want to run under. Na klar. Cool. Oh Gott, der läuft gerade runter. Sieben Meter. Oh, das ist mein. Ich versuche so viele Wanzen zu machen. Es ist sowieso nur Cleo, die verfolgt wird. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe keine Abhörwanzen. Nein, nein, der hat nur Cleo. Ja, die habe ja ich. Hä? Was ist das denn? Wieso? Oh nein, er ist bei mir. Er ist bei mir. Er tut mir weh. Mami. Cleo, lauf. Aber warum? Wieso hast nur du Abhörwanzen? Hä? Weil ich offenbar die Einzige bin, die welche eingesammelt hat, Mann. Ja. Ach so. Ja gut, ich habe nur Schaum eingesammelt. Aber wieso können wir denn nicht auch welche einsammeln? Und was soll das denn? Ich gehe mal hier raus. Hier bin ich sicher. Ich muss ja Cleo schon bei der... Ich bin hier, bei dir. Hä? Oh, da kommt gerade ein Wandler nach oben in den... Oh nein. Ah! Oh Gott, er hat mich nicht gesehen. Oh nein, er ist hinter mir. Leute, ich habe Angst. Warte. Er läuft aber in die andere Richtung. Yes. Zum Ausgang gehen. Der mit einem Schaum. Okay. Und wo ist unsere Ausgang? Ah, da. Haben wir einen Kompass? Nee, ne? Nee, haben wir gar nicht. Let's go. Drogen wir gar nicht. Das wird auf der Seite. Run and run and run and run. Oh Gott, Juni, dreh dich nicht um. Ach ja, ich wollte noch was sagen. Und zwar... Was? Nicht umdrehen. The answers. Hello. Er antwortet, hallo. Hallo, bist du? Ich glaube, jetzt kann man laufen. Klingelstreich ist super. Oh nein. Oh Gott. Oh nein, wir müssen hoch. Ah. Hä? Wo musst du lang? Ich bin die Fallerei gedacht. Ich auch. Ne, das ist was anderes. Was ist das? Das leuchtet doch so schön. Wo müssen wir denn aber hin? Ich glaube, wir müssen auch kommen. Oh, Juni. Der Seher. Oh nein, der Seher ist im Weg. Kannst du ihn anrufen, den Seher? Nein, ich habe noch Cooldown. Oh nein. Habe ich irgendwas? Ich habe so ein Stolperdraht. Ich habe eine Schokolade. Kann ich ihn mit dem Dings bewerfen? Mit dem Schaum? Hä? Wo müssen wir denn mit dem Talk? Es ist wie Schufusius. Oh, das ist jetzt kritisch. Konfusius? Oh, nö. Oh, ich häng fest. Konfusius. Keine Ahnung. Nein! Toll. Oh, er ist reingelaufen ins Haus. Alles safe. Nein, nein, nein. Er hat mich. Nein, Cleo. Lauf mir, bevor er sich auch erwischt. Das ist der Engel. Juni, er ist halt hierher. Ja, aber von wo? Er hat nicht mit dem Dings bewerfen. Alles cool. Noch sehe ich nichts. Okay. Let's go. Dann schnell zum Ausgang. Ja, Ahla. Das stimmt. Hier kann ich ja wieder laufen. Wenn jetzt hier keiner kommt. Oh nein, jetzt kann man hier nicht. Oh nein. Jetzt muss ich um das Haus. Oh Gott. Hä? Das ging doch früher. Man konnte doch... Ach, durch das Haus, durch Juni. Kannst du mir ein Fenster aufmachen? Ne, das ist ein anderes. Ich glaube, Juni hat gerade andere Probleme. Juni, Fenster. Einfach alles nur einmal außenrum. Ja. Dann in den Garten. Wobei... Vielleicht kommt er gerade. Ah, toll. Ich habe hier ein Beweis. Vielleicht kann ich ja damit das... Den haben wir auch das Zeichen für ähm... Ah, oh, Bonusbeweise. Hi. Kinky. Ja oder nein? Was? Du, das ist so eine Line. Aber ich habe die Vordertür aufgemacht, falls dir das was hilft. Äh, cool. Danke. Willkommen zum Ausgang, wenn du kannst. Aber ich bin doch neben bei euch, Leute. Juni ist da. Wir warten gerade nur noch kurz auf. Ich muss gerade Fernseh gucken. Und die Bilder mir in der Wand angucken. Ähm. Okay, ich laufe. Warte. Ach Gott, ich kann immer nicht laufen. Ich habe ihn eingeschäumt. Ich bin schneller. Okay, Juni, ich bin da. Komm rein. Ja, okay. Wir werden so oft eher. Komm, wenn man Chris mal drei Jahre braucht. Ich sterbe. Danke. Oh mein Gott. Ich schleiche halt. Ich bin halt schon alt. Ich kann nicht mehr so schnell. Oh, Chris. Alter Mann, ist kein T-Zug. Ich habe nicht immer noch, wie alt er ist. Wie gesagt, irgendwas zwischen 25 und 55 oder so. War das nicht 60? Das hat Schuli, glaube ich, gesagt. Mhm. Ich kann das nicht. Ich bin zu alt für solche Spiele. Chris hat sich das gemerkt. Ich bin zu alt für solche Spiele. So, ich träume nochmal eine Runde. Ist die Schafe? Male? Oder female? Oder ist es ein Entity, das ist komplett anders? Okay. Seek fluent in deep immediately. Okay. The Entity, to which you refer, sir. The current sub-direct. But the more we observe, the more we forget about it. Some truths. Even we are denied. Der hört gerade den Traum. Wir werden dann automatisch leiser gemacht. Im Spiel. Echt? Wild. Ja. Ja, und ich, weil der Sound so laut ist, drehe ich euch eh nochmal leiser. Ah, tschüss. Ich habe gerade gefragt, was, also wofür das Redeem ist mit der Rap-Voice. Weiß ich nicht. Weil da steht ein Song mit Rap-Voice. Musst du uns dann einen Song singen mit Rap-Voice? Da steht doch bestimmt noch was anderes. Ne, wobei, ich glaube sogar, die Rap-Voice war gar nicht für den normalen Gebrauch, aber ich habe sie vergessen halt auszunehmen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du bist da ein Fehler unterlaufen. Ne, du, ach, das hat sich irgendwie verselbstständigt. Also, ich sage mal so, wir hatten den, wir hatten den die Woche schon ein paar Mal. Wow. So. Nächste Runde, ich will ein Level-Up. Wow. Eigentlich echt nur noch ein Level und dann sollten wir alle Level-Up bekommen. Ja, eigentlich schon. Wenn wir sterben, glaube ich, wenn wir jetzt nicht gerade tot sind, dann... Aber komm, das ist mir so vor, oder werden die Level ein bisschen schwieriger? Ich finde auch, dass die schwieriger geworden sind, weil überleg mal am Anfang in der ersten Umgebung, da konntest du ja drei Stunden durch die Gegend klatschen, ohne dass du jemals überhaupt irgendjemandem begegnet bist, wenn man nicht wolltest. Ja, ne, was ist das denn? Club-Handbook? Wie das? Mittlerweile ist es ja so, keine Ahnung, du gehst um die Ecke und da stehen sie schon zu dritt und warten auf dich, weißt du, mit Gabel und Messer in der Hand. Da war jetzt anfangs dann irgendwie durch dieses Dorf, also durch das Ding nur umgelaufen und wir haben nichts gemerkt und ich hab's uns wirklich getötet und so und jetzt sofort into, bye. Es gab aber auch gar keine Fallen und Kameras und Seah und so weiter. Da gab's nur die normalen Stichlinge. Die haben wir mit den Leveln freigeschaltet. Ja, genau. Ja, toll. Ähm, ich weiß noch, in der allerersten Runde, wo ich nicht wusste, dass das Türeintreten nicht gleich einfach nur Normaltür ist, sondern ich wusste, dass ich jetzt mal die ganze Straße aufwechse... Das war witzig, das war so witzig. Frag mal Shuni, die kennt sich da aus mit Türen eintreten. Wie, Benel? Mhm. I'm good to go. Ready. Ready. You guys ready? Ich meinte mit, die Türen haben Türklinken, dass man die auch benutzen darf, ne? Mhm. Danke für diese Information. Ja. Haben wir schon erwähnt, dass wir uns sehr freuen, dass du unser Spiel spielst? Danke, Team Question. Wow. Deja vu. I just made another place before. Hi on the street. And I know it's my time to go home. It's all in you. So, wie bitte? Ich meinte, Nia. Möchtest du vorlesen? Ich nicht. Ich lese nicht vor. Hi, Faisy. Na. Ich habe schon zwei Mal vorgelesen. Ja, aber du liest so schön vor. Ich lese bei dir vor. Hast du gehört, Chris? Bitte nicht wegklicken. Ich lese bei dir vor. Wir wissen nicht, wie oder warum, aber die Bösen stehlen unsere Träume und bringen... Okay. Was steht da? Okay. Ja. Wir prägen unsere Gedanken durcheinander. Bales meinte das Buch, Bales, dass sie auch Sachen aus unseren Zimmern mitnehmen. Persönliche Dinge, mit denen sie uns mit ihren gruseligen Maschinen, Gehirnwäschung verpassen können. Heute Nacht holen wir uns was zurück. Oh no. Oh no. Oh no. You message from the club. Ähm, wieso starte ich hier mitten einfach neben all diesen Leuten? Können wir doch mal reden? Faisy, weiß ich noch nicht. Komm, bitte nicht. Ich hörte, ich soll nicht so früh. Und mir direkt schon so, ich habe einen neuen Freund gefunden. 10, 11? Sieht der dich nicht? Oh Gott, ist der sehr. Nein, du bist nicht. Das siehst du unten an deinem Auge immer. Die Leute dich sehen oder nicht. Ähm. Ähm, unser Gepäck läuft weg. Hat das plötzlich Beine bekommen? Also mein Rucksack hat keine Beine, ja. Das wüsste ich. Du hast nicht Beine bekommen? Ja. Ja, wer weiß. Vielleicht ist das ja so ein... Vielleicht haben wir irgendwas gebaut. Vor allen Dingen ich. Ich mit meiner Drohne. Vielleicht habe ich... Wir haben es gemacht. Ein Teil davon. Was? BDC-Drohne abgestürzt? Okay. Was ist nächstes? Ja. Oh Gott, der Seher. Ah, wir müssen da hin. Hilfe. What? Schuhe wieder mit dem Haken. Ja, ich habe es inzwischen raus. Ja, ich bin... Es ist so fancy. Ja, guckst. Oh, ich bin... Nein, ich kletter hoch. Okay, ich kletter auch hoch. Ich glaube, ich habe ihn runtergerissen. Er hat uns nicht gesehen. Ja, ich glaube, es kann nur eine Person auf einmal hochklettern. Oh no. Oh no. Eine kaputte Drohne. Was ist damit? Interagieren? Okay. Tut mir so leid. Hier, ich bin zu fest. Du darfst zuerst. Mia, komm! Ah! Wie kommst du? Du musst dir hier hoch. Er ist gelaufen. Was dann? Hey, woher kommen die Handel? Der Drohne folgen. Okay. Okay. Wir klettern und nicht. Wir müssen der Drohne folgen, ne? Okay. Oh no, warum kommen die denn alle? Ich folge mir Drohne. Ich habe meine Drohne. Ja, das hast du jetzt davon. Das gönne ich dir. Kein Klingelstreichel machen. Halt die Klappe. Bitte ignorier mich, ja? Oh nein, die haben mich gesehen. Wo ist mein Teaser? Ich habe meinen Teaser gar nicht dabei. Ja, du hast ihn fallen lassen, als... Ich dein scheiß Ding geklaut habe, ne? Ja, genau. Man kann ja nur einen speziellen Gegenstand mit sich tragen. Fittisch. Ja, aber jetzt frage ich gar keinem speziellen Gegenstand mehr mit mir. Ähm, der liegt immer noch hier, wo du ihn fast fallen hast, ne Cleo. Ja, ich, äh... Oh no. Ja, hier, hier. Oh no, warum kommst du denn zu mir? Bist du bescheuert? Ding dong. I have my teeth. It's out. Da war nichts. Okay, die Sache mit den Seeren ist die... Man kann keine Klingelstreichel bei denen machen. Oh no. Oh no, warum denn? Warum kommst du denn zu mir, Mann? Oh Gott, die sind alle hier drin. Wir sind hier, Chris. Zum Ausgang, Gabe. Let's go. Ausgang? Wo? Oh no. Das ist gerade kritisch, weil Chris hat hier gerade voll die Party gefeiert. Jetzt sitzen hier frisch Leute oder so. Ich hab gar nichts mitbekommen. Ich war nur am Laufen. Oh, der Seer ist da. Oh, ja toll. Oh Gott, au, der kommt zu mir. Hilfe. Oh no. Where is it? Sheep's after me. Geht ohne mich. Oh no. Ah. Aua, Hilfe. Geht ohne mich. Ja, was ist denn das? Verletzt? Okay, ich bin verletzt. Oh no, er ist hinter mir her. Lass doch mal alle weg da. Ich verletzt. Hä? Wo ist denn der Ausgang? Da. Hä? Alter, was ist denn das? Hör doch mal auf, mich anzugreifen, Mann. Wir sehen uns im nächsten Leben, I guess. Okay, tschüss. Wir machen uns eine schöne Zeit im Jenseits. Zusehen. Zusehen. Also, ich bin da. 10 Sekunden. Ich bin in der Nähe vom Ordner. Oh nein. Ich muss den mitnehmen, ne? Sonst geht das nicht. Die Form kommt zu mir. Ja gut, ich bin eh kaputt. Ich bin total verletzt. Alles. Wo ist denn die Gestalt? Hallo? Ist noch jemand da? Oh Gott. Warte, es wird plötzlich so still. Oh, ich, ähm, wurde irgendwie. Oh no, jetzt muss, jetzt muss ich den Ordner holen. Oh no. Oh Gott, da ist der Seher. Ich bin in der Nähe vom Ordner. Oh gut. Bitte seh mich nicht. Okay. Warum ist der hier? Der will mich. Er will mich. Er will mich. Oh Gott, ich höre die Gestalt. Ich glaube, sie ist... Ne, er will dich? Ne, er will mich. Ich bin unsicher, wen er will. Aber ich habe den Ordner. Chris will er. Er will mich. Ich glaube, ich spring gleich einfach runter. Ah! Dann kann er nicht mal. Lass mich! Oh, er kommt. Loser! Ah, er kommt zu mir! Egal. Ich opfer mich. Mama! Ah, er hat mich nicht gekro... Warte, die hat mich erwischt. Warte, der hat mich nicht erwischt. Let's go! Mensch, folgt mich! Boah, voll fies, ey. Wieso sind denn hier so viele? Kann ich... Warte, wie ging das noch? Ach so. Wie bitte? Ey, das war echt entspannter am Anfang. Hm. Ups. Äh. Ich werde weggeschleift. Ja, natürlich. Ich habe kein Content dafür gegeben. Lassen Sie mich bitte. Schuhe rechts rum. Hinterm Haus. Okay, ich habe es. Dazwischen quasi... Aber schleiche. Schleiche. Ich wurde gerade weggeschleift und jetzt wurde ich für den Schäfer... Ach, Schuhe nie. Was für Schleichen. 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 Ich will hier loskommen. Ach, durchs Fenster. Im Zweifel mal durchs Fenster, nicht durch die Tür. Oh, Schuhe. Oh, no. Ja, die ist uns reingekommen. Wer ist denn noch da? Mal gucken, wie lange. Oh, nein. Ach doch. Du musst aber vor den Gegenstand aufheben, bevor du... Ja, klar. Erst hör dir die her. Ja, wir haben hier gleich das Problem. Au. Lass mich, du dumme Kuh. Okay, jetzt wird's wild. Oh, nö. Schon nicht. Oh, Gott. Wieso sind denn hier so viele? Oh, Gott. Ich geh zum Ausgaben. Nee, warte, wir müssen den Ordner holen. Wir werden alle sterben. Oh, Gott. Und man kommt hier nicht... Ja. Man kommt hier nicht durch, ey. Hide now. Ach, das ist doch... Küsst Mirko. Es hängt an euch. Ja, es ist aber... Wie immer. Ach. Wo ist denn die Gestalt? Die ist... Nicht hinter mir her? Hinter mir her. Hinter mir her. Hinter mir her. Ich bin hier randigend. Ach, ich muss den... Ich bin so... Ich bin hier randig, randig, randig. Als wenn der Seher jetzt hinter mir her ist. Alter. Cleo. Cleo. It's gone. Oh, Jesus. Ah. Okay, so. Sie sind hier. Ich bin gestorben. Das erste Mal, ich hab dafür einen Tiefment bekommen. Wow. Oh Gott, da unten seid ihr alle. Die Form kommt zu mir. Na ganz... Oh, no. Warte, ich könnte vielleicht... Oh nein, die Form ist ja direkt hier gleich. Kann ich irgendein... Oh Gott, ich taser dich erstmal. Gar kein Problem. Ah, okay. Das war's. Ähm, ja, ich hab's mit beiden. Hallo. Oh. Kriegen wir einen Tiefment dafür, dass die... Nein, leider nicht. Dafür ist das was? Wir haben einfach alle reingefehlt sind. Ich hab dich erstmal getasert. Aber... Oh, na, wow. Wow, mir fehlt so ein Mini-bisschen für Level 6. Super. Oh, wow. Ja, bei mir auch. Ich kann doch einfach ein Retry-Mission machen. Soll ich Retry-Mission machen? Mhm. Nützlicher Tipp Nummer 235. Wenn du bei einem Gegner stehst, der niedergeschlagen ist... Wow. Mehr kann ich gar nicht lesen hier. Chris ist da, Mia ist da. Toni ist auch da? Ja. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Wissen nicht warum. Achso, Mission beginn. Sag doch was. Okay, Skies. Chris ist recht und wir sollten etwas mehr schleichen. Ja. Ja, weil dann die Wandler euch nicht sehen. Ja, aber ich hab keine Lust die ganze Zeit wie so ein 50-jähriger Opa bei die Erde zu kriechen. Okay. Ja, und genau deswegen bist du auch immer erwischt. Du wurdest doch gerade auch erwischt. Was ist deine Ausrede? Ich komm halt nicht schneller mit meinem Rollator hier vorne. Das ist von uneben hier. Also du wurdest ja anscheinend dreimal erwischt, weil ich nur mal gesagt habe, ich wurde einmal erwischt. Oh, jetzt geht das los. Aber du hast das jetzt schon mit dem Sterben, right? Hide now. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hatte das bis jetzt noch nicht. Dann kommst du nicht durch. Herr Wolfi, soll ich den Recap da für dich lösen? Wolfi, ich kann super Hydranten erkennen. Okay. Mhm. Mhm. He is coming for you, child. He is coming for you. All the other kids with the bump up kicks you better run. Better run. Haut ran, Mike an. Okay, da ist der Rucksack. Nein, er hat mich immer noch. Lass mich. So, äh. Wieso jagt ihr mich denn jetzt? Oh, nja. Ich hab hier Probleme, Leute. Das mit dem Schleichen hat nicht so gut geklappt. Ach, Clio. Ja, warum denn? Wieso ist der so schnell? Komm ich da oben rein? So, okay. Mal gucken. Komm ich da. Hier, Schaumbombe. We did it. Part of it. Oh Gott. Ja. Gut. Oh nö. Und jetzt, oh nö. Ich vermisste Drohne, warte, die ist hier oben, ne? Warte, die ist hier oben, da auf dem Dach. Okay, das schafft ihr schon. Ganz ehrlich, du kannst? Too wounded to escape. Ja, du mich auch. Ich bin tot. Oh nö. Clio, was machst du denn da? Vielleicht sollten wir vorsichtiger sein. Für acht Minuten wieder. Oh Gott. Oh nein, ich bin tot. Es ist sowieso leid. Oh, ich bin selber wieder escaped. Ich bin eine emanzipierte Frau. Ja. Hey, look at this. Der Krankenwagen kommt schon für dich. Weißmittelordner weg. Drohne folgen. Okay, Drohne folgen. Oh nö. Ich glaube, ich bleibe auch hier auf dem Dach rum. Ich will das alles nicht mehr. Sag mal, ich habe die Drohne nicht mehr. Ich habe die Drohne nicht mehr. Ich habe es auf mich zu locken, ne? Ich habe sowieso gar nichts mehr. Habe ich die Drohne irgendwie weggeworfen? Ja. Oh nö. Hallo, Nagi. Oh nö. Hallo. Hallo, Nagi. Aber ich hatte doch auch mal eine Drohne, aber ich sehe meine Drohnen nicht mehr. Ich habe nur noch Elektroschocker und Schaum. Halt now. Halt now. Was ist das hier? Ach, Bonuspapier. Ja, die habe ich gerade aufgesammelt beim Weglaufen. Ja, ich auch. Ich dachte, was ist das für ein leuchtendes Ding auf dem Dach? Ist das ein Licht? Leute, hilf mir euch. Ich habe Angst. Ja. Das sind keine Bilder. Ich soll Linien ziehen und Puzzle lösen. Oh Gott. Wolfi, wo bist du denn unterwegs? Stimmt, das wollte ich. Das habe ich immer noch nicht gesagt. Und zwar, wenn man vom Wandler verfolgt wird und die anderen Personen dem Wandler im Weg stehen, dann wird man vom Wandler nicht angegriffen, aber man nimmt trotzdem Schaden, wenn er durch einen hindurchläuft. Oh no, also nicht im Weg stehen, alles klar. Ja, aber man wird nicht erwischt. Also, der verfolgt echt nur den, den er gerade verfolgt. Selbst wenn drei ihm im Weg stehen, der verfolgt nur den einen einzigen. Ein bisschen scheiße, aber ja. Er ist schon sehr festgefahren auf seinem Opfer, ne? Ja, total. Das ist nur die eine, die eine oder keine. Was ist das? Ja, richtig. Den Ordner. Richtig obsetzig. Gut. Und jetzt haben wir... Ja, da hinten. So. Hä, jetzt habe ich die Mission endlich auch mal verstanden. Wir holen jetzt einen komischen Ordner, der auf dem Dach liegt. Ja? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja. Ja. Find ich nicht gut. Ja, okay. So, abhauen jetzt. Nicht gut. Cleo, sag mal, ob der... Äh, da auf der Straße ist gerade... Ist gerade was aufgegangen. So eine Luke. Ja. Ja, daraus kommt der Wandler raus. Ja, das ist dieser Typ, der kann sich ja deportieren. Oh. Ja, der... Ach so. Ich bin im Ausgang gleich. Also wenn ihr aufgehend im Ausgang seid, seid ihr safe. Okay, ich... So, bitte. Aua. Me coming, sorry. Warte, ich muss da durch, ne? Ich kann das hier nicht mehr. Das ist schlecht für mein Herz. Get down. Anlass mich. Ich halte das alles nicht mehr aus. Okay, Miyako, wo bist du? Da hinten. Ich bin gleich hinter dir. Ich bin so drin. Yes. Ja, ich glaube, hier können wir... Hier sind wir safe. Hey, jetzt ist hier keiner mehr plötzlich. Ich glaube, das Spiel so... Ja, weird, oder? Das Spiel denkt sich so, oh, die Bobs, ey. Komm, Schuni, der Weg ist frei. Die alten Lobobs. Ja, let's go, nja. Ja. Let's go. Ja, voll los. Wait, ihr habt gar keinen... Ach doch, ihr habt den Mann da am Ende noch... Tja, das ist so gut. Tada. Oh, voll easy, ey. Oh, man, oh, Schuni wollte keine Krankheit, das nicht machen. Ja, Nagi, heute ist nur hier. Programm. Wir haben uns alle für gemeinschaftliches Gümmeln bei Christmas entschieden. Gümmeln. Wir sind Level 6. Ja. Schlecht noch... Oh, jetzt weiß ich... Man, jetzt weiß ich... Man kann sich gegenseitig heilen und die Ausdauer füllt sich schneller auf, wenn wir zusammenbleiben. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich sollte das vielleicht mal nochmal erwähnen lassen. Ja, okay. Wir halten uns da irgendwie nie dran, aber... Richtig. Wer glitzert? Oh, we have a new mission. Ja. Ich träume nochmal kurz. Hello again, Sie. Sorry for contacting you so soon after the last, but there's some new information. The idea was the one who guided Combs' hands into destroying the symbol, but kill the voice. I hear the drums, the vendetta march. Shhh, I like it well. Hello, drummer. Yes. Ich sollte immer noch beim ersten Absatz, oh Gott. Warum lesen die so langsam? I hear now that he has claimed a second. Now we march for her as well. You beat the drum. I shall sound the horn. Hold nothing back now, my drummer. Let him hear us coming. Level Aufstieg. Level 6 erreicht. Fertigkeitspunkt verdient. Labyrinth Gebiete. Sie sind immer weekly. Wim. Wow. So, was los? Wo ist denn, habe ich meine Drohne noch auf dem Rücken? So, how far out of town can we actually signalen all this stuff? And can you even drive? I can learn. I've got a great teacher. I call him Professor Fear. Wow, was kann ich? Du hast echt keine mehr. Ja, ne, ich weiß nicht, wo die hin ist. Habe ich die verkauft? Was ist das? Hast du das Herz gewechselt? Weil dann verschwindet die ja. Ach so. Ja, ich glaube, ich habe auch das Herz ge... Gesten. Ich brauche unbedingt... Ja, ich brauche Tanzbegabt. Dann können wir alle gemeinsam im Kreis tanzen. Okay. Und dann können wir vielleicht sogar unseren Namen tanzen. Wow. Ja, wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Spin heiße, dann ja. Cool. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man seine Namen tanzt. Ist das nicht so mit... Ist das so wie bei YMCA? Nämlich, ey, man macht so mit den Armen so YMCA oder ist das... Also so Arme im... Es gibt da so ein tolles Meme im Internet, wo sie das Y durch Jesus am Kreuz ersetzt haben. Okay. Ähm... M. Ist das lustig? Ja! Ich stehe voll auf Blasphemie. Okay. Wild. Okay. Ich stehe auf Punkte und werde deswegen... Ich werde jetzt, äh, unhaltbar zwei skillen. Du bist so abgehärtet, dass du Erschöpfung ignorieren und viel länger durchhalten kannst als andere. Haha, ich bin besser als ihr. Verletzung. Auch durch Stürze werden um 20% reduziert. Weil, wie gesagt, die Drohne, habe ich schon gesagt, die Drohne ist Schmutz. Schuli macht hier die Telefonstreiche. Zum Boden ringen, machen wir ähnlich. Welchen Level bekommt man denn den nächsten, den nächsten Dienstfreigeschaltet? Das steht hier nirgendswo leider noch. Wen? Den nächsten Platz bei den Punkten. Nee, keine Ahnung. Platz bei den Punkten? Na, du hast doch immer diese großen Karten, die du kaufen kannst und diese kleinen Slots für diese Mini-Fähigkeiten. Ach so, du meinst so Schlosser und... Ach so, wo... Also Schlosser und... Genau da, wo du jetzt bist. Da, wo du jetzt bist. Und da, gesperrt, gesperrt. Ach so, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und ich wüsste halt gerne, wann man die freischaltet. Hello, made Cleo angry? Yes, Nagi. You did right. Hey, the bubble tea! Hochheben? Ja! Gegenseinschränkungen, sprinten. Manchmal findest du deinen zweiten Gegenstand. Das ist alles Mist. Verbann. Brauchen wir nicht. Trinkt dafür immer, dass es bei mir zu fehlen. Ich habe immer noch Schmerzen. Ja, willkommen im Klo. Das ist egal, das schmeckt nice. Ich habe geskillt. Ich stelle mich jetzt einmal kurz hier in die Ecke. Den Lieblings-Bubbeltee. Ja, zwei Taten. Genau. Ich muss mal kurz meine Tanks auffüllen. Ich bin in drei Minuten wieder da. Okay. Gut. Gehen wir uns alle mal was zu trinken holen. Bis dann. Bis dann. Ich habe am liebsten den Sugar-Milk-Tee mit Tapioca-Perlen und Apfel-Grünn-Tee. Weiß du was? Wenn die hübsch sind, ich so... Nimm mein ganzes Geld. Also da bin ich auch. Ich wage den Raum zu werfen, dass sie mehr Geld ausgegeben hat als ich bei Gacha Games. Und das will schon wirklich was heißen. Gar nicht immer. Du hast sogar keine Übersicht. Doch, habe ich sogar tatsächlich. Ich habe letztes Mal nachgezählt, was ich bei Genshin ausgegeben habe. Und es war in einem Jahr... Ich glaube, 2300 Euro. Grittisch, grittisch. Woher hier was? Ja, ich will jetzt wirklich nichts sagen, Herzchen. Aber ich war das eine Mal dabei, als du 300 oder so ausgegeben hast. Einfach so, weil du Bock drauf hast. Ich habe mal Genshin, Wolfi. Es war Genshin. Ich sehe individueller aus als ihr. Seht ihr das auf meinem Kopf? Ich strömme gegen den Strom. Oh, no, no. Aber warum sieht diese Frisur aus wie so ein Wischmopp? Du siehst damit ein bisschen aus, als ob du so ein Vogelnest auf dem Kopf hättest. Ja, oder? Was für die? Ja, kritisch. Hallo. 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 Believer? Shuni, du glaubst? Woran? Ja, ich glaube. Eventuell, Shea, einfach schon mal, dass du Weihnachtsgeld für dein Geschenk geschickt. Einfach nur, damit ich nicht die Verantwortung habe, darauf aufzupassen. Damit ich nicht anderweitig ausgebe. Was? Und jetzt hat sie die Verantwortung. Oh, no. Ihr macht mich ja nicht. Seid ihr so schlimm mit nicht Geld ausgeben? Ich glaube, ich gucke auch mal, ob ich mir irgendwas leisten kann hier. Also, ich kann mich auch gut zusammenreißen mit meinem Geld. Aber gerade, wenn ich mehr viel Geld auf dem Konto habe, bin ich so, oh ja. Oh, ich gehe mir nicht. Dann willst du mein Konto nicht sehen. Weil es so voll ist oder weil es so leer ist? Es staunt sich momentan leider ein bisschen auf, weil ich nichts damit zu tun habe. Achso. Leider, sagst du. Könnte mir irgendwie leider nicht passieren. Ja, mir leider auch nicht. Merke ich, merke ich. Fein. Oh, ich kann mir neue Schuhe kaufen. Vielleicht kann ich relativ gut mit Geld umgehen, aber ich habe leider zu viel übrig, den ich denn vermisst ausgebe. Das ist das Problem. Hm? Boah, die Brille hätte ich gerne. Ich konnte noch nie mit Geld umgehen. Darüber sprachen wir bereits. Ähm, ich frage für einen Freund, hat jemand 1000 Snacks für mich? Nee, leider nicht. Nein, und du? Ich habe selber keine. Nein, ich habe 814 Snacks. Ich brauche 1800 für diese steilische Brille. Und für das Jahr? Was für ein Jahr? Wer meint natürlich ein Jahr? Hm. Wie Premium-Inhalte? Ja, genau. Ja gut, dann halt nicht. Huch, wo bin ich denn? Wind. Also das habe ich eigentlich nicht, Wolf. Ich bin nie pleite. Aber ich bin halt so am Anfang des Monats so. Ja, ja, ja. Und ähm. Ja. Was denn? Alter, was? Mal was gucken. Mal, dass ich da noch einen auf meinem Konto habe. Und ich lege auch jeden Monat etwas zurück. Oh ja. Ja. Ja, mein Name ist CJ. Ja. Und da ist sie ganz voranfusslos. Hab ich den nicht schon? Hm. Warte mal. Hä, das ist... Das ist... Das ist derselbe, den ich habe, nur in Weiß. 2000 auf der hohen Kante. Nur damit, weil mit denen irgendwas ist. Wow. Und da kann ich die noch mit weißen T-Shirts zusammenwaschen. Das geht auch. Ich kriege das erstmal in der Modeberatung. Okay. Ja. Ja, die wollen mir hier für 750 Snacks einen Hoodie verkaufen, der genauso aussieht wie meiner, nur halt ein bisschen heller ist. Also, come on. Nee. Also, ich... Ach, Mann. Die Brille fühle ich. Ja, die fühle ich. Aber der etwas hellere sieht besser aus. Nee. Tut er nicht. Abbürsten. Ich bürste mich erstmal ab. Aber, aber... Was ist das? Oh, oh. I do the robot. Yes. Der heißt einfach mal Wackeltanz. Okay, wild. Hoppak heißt er. Ich hätte jetzt gesagt, das ist der Russentanz. Aber vielleicht... Gut, da kann ich das verstehen. Aber Wackeltanz? Nennt ihr doch den Robot? Oder ist da ein Copyright drauf? Copyright Warner Bros. Oder was? Kennt ihr nicht den Wackeltanz? Genau. So, ich bin bereit. Mit Deck. Kein der Spooky, but it changes you. Don't laugh. Okay. Spooky. If you guys need me, I'm there. Can I go already? I... Let's go. I'm ready. Let's go. Wow, we're young, maybe? Ich frage mich ja ein bisschen, warum die anderen so viele Snacks haben und ich nicht. Aber, naja. Vielleicht Papas... äh... Papas Niggers Schrank geplündert. Zündest du die Raketen, Chris? Äh, nein. Muss ich das machen? Nein, aber wenn du sie zündest, verbannst du eine Menge Snacks. Ach so, ich hab nicht eine gezündet, weil ich hab ja keine Snacks. Aber generell gibt es auf der Map viele Sachen, die Snacks kosten, deswegen. Ach so. Wow. Und wo kriegt man die her? Snacks. Durch die Missionen, oder? Ach so. Ja. Und auch einfach mit... Du kannst ja so Zusatzmissionen machen. Ich glaub, davon kriegst du auch welche. Ach so. Ja gut, ich mach ja nie irgendwelche Missionen. Ich krieg ja immer nie was mit. Ich bin ja immer nur so, oh Gott, da ist der Seher und oh Gott, da ist ein Wandler und ich muss mich schnell verstecken. Und in der Zwischenzeit so alle anderen so, ja, ich mach mal hier, ich mach mal Missionen, da Missionen. Passt. So. Gut, da keiner vorlesen will und wir den Text auch schon gelesen hatten, würde ich sagen, Missionen beginnen. Weck die Menschen auf, bringen sie zu uns an. Wir haben auf dem Baumhaus gelandet. Ja. Ja, schon. Ah, so ist es auf dem Baumhaus. Cool. Was ist das? Dekogon. Was war das? Ups. Okay. Was müssen wir denn machen? Ein Schaumkanister. Oh, da sehe ich mich. Wo ist er denn? Da. Okay, die, oh Gott, die guckt da hin. Ich glaube, keine Ich glaube, ich sollte keine fallenden Schärfen das ist doof. Ich glaube, ich gehe. Seid ihr vom Baum, verdammt, wie komme ich denn vom Baumhaus runter? Einfach runterspringen. Ähm, nein, nicht runterspringen, da ist eine Leiter. Ja, ich sehe. Na, ich habe einen Perk, ich kriege keinen Schaden. Erstmal. Ach so, wow. Ich habe eine bestimmte Nebensäufigkeit. Äh. Cleo, hast du irgendwas gemacht gerade? Hast du irgendwie eine Rakete gezündet? Ich habe Feuerwehr gezündet. Beide. Beide. Du wirst nicht wissen, was wir suchen. Wir haben keine Schaden. Wir haben auch keine Schaden. Wir haben auch keine Schaden. Ja. Schwuni ist einfach die Expertin für Feilen entschärfen. Ich drücke nur F, Chris. Ja, Feuerwehr. Nein. Du machst richtig, richtig krasses Zeug da. So mit roter Draht, grüner Draht und so. Ah, krass, okay. Immer den roten, dann gehst du auch ganz sicher nicht in die Luft. Okay, wild. Das werde ich mir merken. Ja, 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 ja. Gehe ich einfach, ich gehe durch die Vordertür. Oh nein, Dietrich, krieg dieses in. Ach so, Mirko, ich dachte, du kommst aus dem Haus raus. Nein, hier gibt es Fehler, damit es im Rechnen ist. Okay, pass auf, pass auf. Dann kein Problem, hier oben ist ein Fenster auf. Ich mache jetzt einfach den hier. Das ist mir jetzt egal, ich habe jetzt die Tür aufgemacht. Ach, Mann. Ach, Mirko. Kann jemand auf die Tür aufmachen, bitte? Wo Tür aufmachen? Ich habe die Fenster aufmachen, da. Da hinten. Okay, ich mache Fenster auf. Wieso, zeig mir deine Hintertür. Kinky. Ich sprach von der Tür, wovon sprachst du? Schau nicht hier oben. Von der Hintertür. Wie soll ich da hochkommen? Äh, auf das Vordach? Du könntest von der Mauer aus. Von der Mauer aus kannst du hoch aufs Vordach. Vor-Dach. Auf der Mauer, auf der Lauer, das ist der Mauer. Mirko, ich dachte, du hättest die Schaumkanister unten mitgenommen. Jetzt bin ich wieder unten. Ich bin unten, ich nehme sie dir doch jetzt gerade. Ach, ja, dann gehe ich in das andere Haus. Okay. Wild. Ich nehme auch nur drei. Und dann können erst mal andere Leute auch auch was nehmen. Wow. Ich komme nicht zurück. Ich nehme auch mal einfach sofort, wie das gehört. Ich komme nicht zurück. I love it. Ohne mich ein Jahr. Ich habe diesmal viel länger durchgehalten als Sonnen. Ja, das ist Feini. Ja, ich bin ein Feini. Ist das hier unten drin? Ja, hier unten ist das drin. Ding Dong. Feini mit Angst, aber ein Feini. Oh nein, Leute. Dieses Spiel gilt nicht. Ich werde immer so panisch, wenn die mir hinterherlaufen. Es tut mir so leid. Ich werde immer so... Oh mein Gott. Oh nein, warum ist der denn jetzt hier oben bei mir? Was soll das denn? Will ich ja nicht. Können wir schon bereits hier rauskommen. Die sind daraus, müssen wir auch nochmal richtig. Oh nein, warum ist der denn jetzt hier oben bei mir? Oh Gott. Na toll. Ich bin hier vom Dach geflogen. Aber beim Schleichen steigen so langsam. Ja, aber du bist leise. Aber so langsam. Oh nein. Hä? Bin ich jetzt hier rausgesprungen und habe... Oh, ich habe das richtige Fenster nicht aufgemacht. Ja? 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 Oh nein, ich komme noch nicht mehr hoch. Oh no. Komm her. Wo, was? Hierher. Okay, ich komme. Na, 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 na. Na, na, na. Ach wow. Sie liegen gar nicht im Haus. Oh Gott. Ja. Die einen liegen nicht im Haus. Nee, deswegen meinte ich sofort zu... Komm her. Sie sind draußen und sie. Park. Okay. So. Dann können wir jetzt ab sofort nur noch die... Ja, Wolli. Ja, Wolli. Nice. So. Ha. Starbatch. Starbatch. War was anderes. Geh dir hinterher. Okay. Ich gehe da, ich gehe zu Chunin. Das müssen, glaube ich, noch... Ah, nur noch drei. Ja, es ist noch nicht mehr so viel. Wait, es gibt ein Sushi-Emoat. Hä? Es gibt für alles Emotes. Beziehungsweise es ist kein Emote, es ist ein Emoji. Wenn wir es genau nehmen. Dann noch eine. Okay. Oh Gott, die kommen auf mich zu. Sie kommen direkt auf mich zu. Ah, die auf dem Dach. 64 Meter? Okay, kein Problem. Ich komme dahin. Ich habe dieses Wurfseil-Dingens. Nicht, wenn ich erst da bin. Du kannst auch oben... Also, du kannst auch auf den... Auf das Geländer gehen und dann hochspielen. So mache ich das. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Klar. Was soll das denn? Das kann ich machen. Aber du hast einen Wurfwagen. Alles fein. Ich fühle mich auf dem Dach eh viel sicherer. Wofür habe ich den Wurfwagen, wenn nicht hierfür? Ja, genau. Schon da wieder. Das ist zu lange durchsuchig. Man, die Häuser und so. Warte, ich treff. Ich treff. Du triffst? Ja. Äh. Hä? Der hat mir genau dahin gezeigt. Du hast ihn sehr gut daneben getroffen. Oh, du hast ihn. Wow, Chris. Das war aber nicht die... Von da drüben. Nicht die Linie. Ich glaube, Gott sei. Ich glaube, ich sehe... Was muss einsam? Plakate einsam. Ich habe jetzt Pakete gelesen. Ich denke, was? Okay. Oh Gott. Bitte hier rüber. Mama! In 6.000 Quartierungs... Mama! Mama! Oh! Genau. I don't wanna die. Oh, oh, oh. Zumindest jetzt nicht. Hilfe! Anywhere. Just not here! Aua! Oh Gott! Halte Ärm und dem Huhn gegen Verletzung zu werden. Do you wanna make more money? Nimm das. Oh, hier ist ein aufmerndes Fenster. Am harm. Oh, hier ist jemand drinnen in dem Fenster. Bitte sehen Sie mich nicht? 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 Bin ich da? Ich bin eins mit der Macht und die macht das mit mir. Chris ist einfach uns voll. Was? Na, Mann. Ich hab eine Kiste gefunden. Okay, mal einmal. Achso, warte, ich kann ja jetzt eigentlich das hier machen, ne? Müssen Sie gleich ein Redeemer ein, hier. So. Flüstig, flüstig. We are not the friend. Ich... Oh, oh. Ich laufe erst mal auf den Truck drauf. Chris, was denn? Wenn man die Toilettenspülung drückt, dann werden die aufmerksam. Ja, weil es laut ist. Juni, kannst du mal den vor mir ablenken? Ruf den doch mal an. Okay. Das mach ich jetzt auch. Ich frag ihn, ob er viel geht. Do you speak to her? Okay. Oh, Handy-Dandy, geil. Ja, diese Sound. Why? Vorsicht. Ja. Das ist gut. Shit, ich komm nicht hoch. Kein Problem, ich mach hier einen Alleingang. Komm, Verlabel, du bist halt ein bisschen vor mir. So, eins noch, yes. Oh, na was, die sollen ja aufhängen im Labyrinth. Da komm ich doch nie, willst du Angst. Das ist mal witzig. Wir müssen da irgendwo runter. Oh, nö. Cleo, ich glaube, wir gehen mal in dein Haus und gucken, dass wir runter. Oh, was geht denn? Ich gehe mal in ein klebos Haus. Das ist ein offenes Fenster. Chris, hier drüben. Ja, aber ist da ein Zugang? Ja, genau. Das ist ein Wandel gerade. Das ist ein offenes Fenster, ja. Und da geht das rein, sagst du? Da ist auch, wie ist einer drin in mir. Super. Wir wollen nicht in den Schrank. Ich meine, wir können ja nach einem Zugang suchen, richtig? Wir können oben rein. Okay. Passt. Hast du noch einen Lock? Ich meine, ich glaube, die geht es immer wieder zur Tür. Ah, da ist noch einer. Ja, da sind zwei, das ist mein Problem. Hatten wir nicht mal eine Taschenmappe irgendwo? Ich habe den anderen. Ja, Tee. Achso. Okay, wir müssen weg. Habe ich noch nie bedroht. Wohin müssen wir. Ja, wir müssen irgendwo runter eigentlich. Hä? Hörnungs? Ich weiß, wie ungünstig. Also du bist hoch. Are you too coming? Ja. Ach nö. Nein! Mir, Mama! Nicht schon wieder. Ja, weil du so viel Kraft machst, Cleo. Ich habe aber gar nicht viel Kraft. Ich habe ein Sterbeachievement. Was für ein Achievement? Sterbeachievement. Wenn man stürmt. Wenn man dreimal erwischt wurde. Wow. So wie Cleo. In dieser Runde. Wow. Also Cleo unten, der Weg ist frei. Du kannst runterkommen, wenn du es irgendwie schaffen würdest. Ja, aber I've been verfolgt von The Shape. So Aufzug oder was? Warte, warte, warte. Aufzug ist hier. Ach echt? Knock it off. Wo geht's denn hier unten von mir? Ach so, das ist was du. Äh, unten. Ja. Ach in der Garage, ne? Also wir nehmen ja den Aufzug. Treppenlaufen ist Verloser. Ich hab von einem Plakat aufgehängt. Wow. Also wenn du schon so da bist oder was sagst. Also wir hängen die einfach hier auf. Wie wär's damit? Einfach fünf Stück nebeneinander. Richtig. Ich war gar nicht, warst du meinst. Äh, oben sind Kisten, liebe dich. The Shape is coming. Oh nö. Wonderful. Back down here. Oh ja, das ist richtig schön. Du kannst auf jeden Fall hier hochkommen. Nein, ich glaub da geh nicht. Da komm ich nie, wenn ich hier in den Raum reingehe, schon nie komm ich nie wieder raus. Ich bin abgestürmt. Das Original ist weg. Oh Gott. Die Shape brauchte mich nicht. Ich hab mich anderweitig selber umgebracht. Ein Seher, ein Seher, ein Seher. Okay, ich geh in die andere Richtung. Ich klettere nach oben. Oh, okay. Hier ist dieser Raum. Shh, shh. Oh nein, hier ist noch auch nichts. Hä? Wo ist denn das? Das ist eine blöde Lagerin. So, ein bisschen buschig, wie du mich so an den Schultern packst und sagst. Ja, schau mir in die Augen, Kleine. Das Sheet is coming. Oh, nö. The Shape is wieder da. Ja, Miyako, du bist. I don't want that. Jetzt sind diese Kinder dran. Nice. Mach mal nicht. Das Problem ist, jetzt muss wirklich alles Chris machen, weil er alles aufgesammelt hat. Viel Spaß. Was? Wie? Ja, du hast alle Plakate aufgesammelt. Also musst du es machen. Ach, nö. Ja, dann sag mir mal, wo welche sind. Ja, das sieht doch nicht. Ich habe gerade meine zwei. Ah, ihr seht die nicht, oder? Wir sehen nur die Punkte. Oh, das ist gut. Ihr könntet euch ja da hinstellen, weil dann weiß ich nämlich, wo... Ja, wobei, also ich kletter jetzt gerade mal... Ja, das ist genau, das habe ich genauso wichtig. Ähm... Oh, hi. Ding dong. Die Shapey ist da. Die Shapey ist da. Hi. Where is it? Mia, voll entspannt. Oh, ist das Shapey? Mein bestes Franzo. Jetzt komme ich hier schon wieder... Alter, was ist denn das? Warum? Ich kletter immer hier hoch und dann komme ich hier nicht weiter. Ihr wollt doch nur die Gieste. Ja, Angel. Angel. Ja, wir sehen uns, die Shapey ist sehr auf die Gieste. Ja, irgendwie hat sie mich sehr gern, so Shapey. Ach, mir, da. Was macht's vor? Er schweißt der da unten? Ach so. Hä? Doch, bei... Mirko wurde erwischt. Oh. Mich hat's auch erwischt. Nein, ein Klubbild, den kann nicht zurückgehen. Nein, doch nicht. Aha. Ich habe der Shapey einen Pfeil in den Halt gejagt. Okay. Okay. Nein, lassen Sie mich. Ich habe nur Schokolade in der Hand, geh weg. Da oben, da will ich durch. Mir, was machst du da? Bleib doch stehen. Ah, Mia! Oh, nö. Ja, ich wurde gerade direkt neben Mia von The Shapey erwischt. Angel ist weg. Ich denke. The Shapey is weg. Haha, Leute, es tut mir so leid. Ach nein. Jetzt habe ich ein Problem gleich. Wir vertrauen in euch. Ihr schafft das. Okay. Okay. Die Synchronien gerade aufgestanden sind. Ich leg das hier nicht auf Eisen. Juni, er ist hinter dir her übrigens. Zum Glück. Ich weiß. Okay. Ah. Okay. Erst mal diese Bombengeräusche. Oh nein. Ich wurde erwischt. Let's go. Ich bin fast. Das schaffst du. Gut, dass du schaffst dann. Shit, ich muss auch noch direkt da runter. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Chris denkt sich auch so, mit denen spiele ich nie wieder. Und ich sag's auch noch. Ich wusste nicht, dass man anderen Spielern zuschauen kann. Wie cool. Was? Du hast es geschafft? Du hast den Engelsmodus der Gestalt ausgelöst. Warum ich? Ich hab das Achievement aber auch gerade bekommen. Ich weiß nicht. Ich auch. Ich hab das Achievement aber auch gerade bekommen. Achso, weil ich es aktiviert habe, oder was? Hä, wieso kann ich das Ding nicht... Wieso kann ich das Ding nicht ausschalten? Was ist das für ein Kack? Alter, what the hell? Äh, Hilfe. Alter. Verdammt sind wir alle. Schnell, leg die Plagate auf. Chris, jetzt mach dich nützlich, Mann. Ich bin... Oh Gott. Ich guck's um Verletz... Nein, ich will nicht verletzt sein. Ich find hier keinen Weg nach oben. Ja, gut, der Wandler hat mich. Ich kann ja auch nichts machen. Also... Ich konnte diese Falle da auch nicht deaktivieren. Ja, aber das... Das... Das einer... Die Plakate... Was? Das ist, glaube ich, bei den anderen Gegenständen auch so gewesen. Wenn du alles einsammelst, dann bist du auch diejenige Person mit allen Gegenständen. Achso. Ach stimmt. Nee, Moment, Moment. Ich hab nicht alle Plakate eingesammelt. Ich hab genau zwei eingesammelt. Ja, ich hab... Ich hab fünf von sechs. Wie restlichen hattest du? Fünf von sechs. Ich hab meine zwei eingesammelt. Ich hab nicht alle. Ich hab fünf von sechs gehabt, weißt du. Ich hatte nicht alle. Ich hatte nur 90 Prozent. Ja. Ja, und? Und? Hat irgendeiner... Deswegen müssen wir ein bisschen mehr aufteilen mit, dass jeder was hat. Okay. Das funktioniert sonst nicht. Weil so hätten wir uns einfach anfangs aufteilen können. Nee, da macht ein Plakat oder zwei. Wir werden fertig gewählt. Oder wir müssen näher beieinander bleiben. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Hm. Weil wie gesagt, ich kann in diesem Labyrinth einfach... Ich kann mich da nicht... Ich weiß nicht, wo es da ständig hingeht. Ich lauf immer wieder in dieselben Gänge rein. Ich kann Chris nie allein in einem Labyrinth lassen. Nicht in dem Labyrinth. Ja, vor allen Dingen in dem Labyrinth kannst du nicht. Normalerweise... Das hattet ihr übrigens bei The Labyrinth. Also du kannst in einem normalen Labyrinth, kannst du entweder immer rechts rumlaufen oder immer links rumlaufen. Und zwar permanent an der Wand. Du kommst schon wieder irgendwann raus. Ich wollte ja... In der Regel. Nee, das war hier hin oder das war da. Ja, 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 genau. Aber da unten in dem Labyrinth geht das halt nicht. Ich glaube, sobald es mehr als einen Ausgang gibt oder einen Eingang irgendwie so. So, jetzt fährt es direkt nächste Runde, Leute. Ach ja, stimmt, genau. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Also Mia, wolltest du nicht irgendwie um 19 Uhr oder so? War da nicht irgendwas bei dir? Alles fein, deswegen war ich die eine Runde kurz weg. Das war viel zu früh. Ah, okay. Bringt mir das Notiz. Ich bin frei! 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 Aber die Wahrheit bedeutet, dass wir gleich die Jahre sagen. Frei, frei, Schuhnimo. Also ich habe einen Haken sein und ihr so. Ich habe gar nichts. Ich habe Health. Aha, ist sie schwarz? Jetzt wo ich weiß, wie man das benutzt, ist es voll praktisch. Ich habe keine Kiste. Hey, Jo, neue Mission. Gibt es nicht hier keine Kiste? Ich sollte scheiß. Was war das denn? Ich will meine Kiste haben. Wenn man über diese Falltür läuft, dann hat man so komische Visionen. Ja, Mann. Ach so, ja, weil da der Shape rauskommt. Kracher. Das ist ja der Kracher. Das ist ja der Kracher. Strongbox. Was ist in it? Ich habe gerade reingeguckt. Du denkst, du musst einer von den Schlafwandlern. Gefällt dir meine Frisur nicht? Die hat mich 1600 Punkte gekostet. Ich appreciate es. Nee, aber nee. No appreciating, aber warum nicht? No. Ich mag die Frisur. Wow. Oh, ich weiß noch, schon mal zu Cleo. Das ist der Krister, der da gerade entgegenkommt, oder? Was? Nee. Nein, nein. Also ich bin über diese eine Tür gegangen. Ah. Ah. Hä, guck mal. Die Leiter hier, die leuchtet auch so. Ja, du kannst sie fotografieren. Oh, wow. Das sind Bonus-Sachen, das hast du so gut gemacht. Okay, dann weiß ich ja wenigstens, wenn ich das nächste Mal diesen komischen, das nächste Mal sowas sehe, dann fotografiere ich das. Plakate auch häufig an den Wänden. Ja, ich hatte das ja mit dem, mit dem komischen, äh, Poffer, der vor dem Eingang stand. Und ich so, oh, das sieht aus, als würde der ein Hologramm sein und keiner so, äh, fotografiere den nochmal. Ich habe vorbeilaufen können. Oh nein, der sehe, oh nee, bleib bitte draußen. Sie geteasert. Wo ist denn jetzt der Einbruch hier? Cleo weiß was, ich glaube, du gewählst einfach gerne Mention. Ich hatte, ich hatte schon den Telefonstreik gemacht. Cleo fällt erst mal den Abendschlaf anladen und dann teasert sie. Warum Cleo? Ich hatte Bock drauf. Im ersten Zimmer, wo du reinkamst, ist eine Kiste. Die tun mir auch die ganze Zeit weh, wieso darf ich ihnen nicht wehtun? Geht her, wo ist du das Song? Wachst du, was ist das? Äh, achso, äh, er ist hier. Du, du, du hörst ihn doch. Da ist einer. Ich dachte, er ist aber unten, weil ich habe nur so... Achso, er ist hier oben. Oh nein, oh nein, Mami. Wie habe ich das schon wieder geschafft, dass alle bei mir sind? Was müssen wir denn hier machen? Andere Frage. Äh, Beweise untersuchen. Einbruch untersuchen, aber keine Ahnung, was das... Was das heißt oder wie das geht. Hier ist wieder was zum Fotografieren. Wow, ich sehe das immer nicht. Hä? Warum sehe ich denn jetzt alles? Was ist denn mit mir? Hallo, do you wanna make some money? Bonusbeweise. Einbruch untersuchen, ich... Keine Ahnung, was das ist. Eins von elf, was macht ihr, Leute? Was sind die Bonus? Was machst du? Was ist denn das? Hier, Co, du warst schon richtig da irgendwo. Irgendwas... Ciao, lass mich in Ruhe, what the fuck? Cleo, geh da weg. Wieso? Äh, Wolfessen. Wie viele drei Leute hinter mir waren. Na, super. Ich habe mich hier gerade versteckt, damit die drei Leute, die hinter mir her waren, mich verlieren. Und du so, oh ja, guck mal. Was ist denn, was ist denn, hä? Warum flüstern die so? Und wie kann man denn so laut flüstern? Geh raus, irgendwas ist hier. Ähm, hier stehen jetzt eins, zwei, drei, vier Leute im Garten. Ich sag's bloß. Ich sag gar nichts. Geh wieder hoch. Hat da jemand seinen Haken hier geschnitten? Du hast hier deine Kalle verloren. Warum ist denn... Du, die sind jetzt alle draußen, das heißt, ich kann schön rein. Warum ist denn hier im Haus, hier ist so eine Falle irgendwie, so ein Ding. Was ist denn da? Ja, ja, ich weiß nicht. Habe ich mein Hakenseil verloren? Ja, das Problem, das ist, die Falle ist direkt so ein Bewegungsmelde-Alarm. Ja, und den kann man, den kann man nicht, kann man den irgendwie... Nee, nee. Was man vielleicht machen kann, ähm... Aber hier drin... Also ich glaube, ab Level 4 oder so, ab Level 4 kann ich sie... Oh, Klingelstreich. Ab Level 4 kann man die hacken. Äh, hier ist so ein, hier ist so ein, ich hab so ein Symbol hier. Was ist das denn jetzt hier, warte mal. Was machen wir jetzt mit dem Ding? Ich hab hier so ein, ich hab hier so ein Pfeil irgendwie. Engel, Engel, oh no, Miyako. Aber was mach ich denn jetzt hier mit diesem komischen Pfeil? Was soll denn das? Das Spiel sagt einem ja auch nichts. Juni, nimm du sie. Was kannst du abfotografieren? Also ich hab mein Smartphone draußen. Wie kann ich denn... Es geht aufzeichnen. Wie kann ich ein Foto machen? Miyako wurde erwischt. Achso, nee, musst du nicht. Du musst nur einmal kurz drüber hauern. Ja, hab ich, hier passiert gar nichts. Ah, dann ist das, was wir suchen sollten. Alles gut. Dann musst du weiter. Oder auch nicht, weil ich selber sterbe. Ich muss nur so Art-Hologramm-Dingern suchen. Wow. Aber warum ist denn der Pfeil hier noch? Oh, was soll denn das? Der wollte, weil ich Aspekt machen muss. Miyako, jetzt bleib doch mal stehen, Mann. Lebelig. Wo ist sie denn? Ist langweilig. Hä, aber hier ist doch... Hier auch ein kleines. Und jetzt lauf! Ist der vielleicht... The shake is coming! Alter, oh nö. Ja, wir müssen trotzdem irgendwie wieder da rein. Immer durch die Vordertür. Vielleicht auch ein Kriegstchen mit den Wandlern. Der ist doch bestimmt da drin. Da soll ich rein, oder was? Der ist da rein, da drin. Oh, oh. So, ein Beweis. Wo ist hier denn ein Beweis? Hier ist nix. I am, I am very, very verletzt. Signal 0% Hat das irgendwas zu bedeuten? Ich glaube, mein Spiel ist irgendwie kaputt. Ich kann hier gar nichts machen. Shh, shh, shh. Warte mal, die sind komisch. Hä? Oh nö. Er kommt! Ah! Wir sind nur für fünf Leute. Hi! Nein, nein, nein. Geh weg, diese. Es ist die Indie. Ah, was wollte das? Ja, nicht mehr. Was ich wollte, die geht. Das ist mir doch einfach mal so schnittig. Geh nicht runter zu mir, weil wir sind irgendwie vier, fünf Leute. Okay, oh, da ist Cleo. Ah, vielleicht gehe ich doch zur Cleo. Angel left. Da geht es nicht zu mir. Hä? Hä, sind überall diese blöden Fallen. Also ich finde es echt krass, wie schwer das wird, je höher man mit den Leveln kommt. Ja, aber manchmal auch nicht. Manchmal sind halt, ist dann die Straßen komplett leer. Und dann konnten wir super und hier jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, was zu tun ist gerade. Ich beweise, aufgezeichnet, zwei von drei. Ich sehe hier nichts. Ich sehe nur diese blöde Lupe da unten in meinen zehn Meter. Und sobald ich näher als zehn Meter komme, ist da nichts mehr. Also ich kann hier, ich kann hier nichts machen. Ich bin völlig, ich bin völlig unnütz. Nein. Das ist korrekt. Achso. Ja, naja, Schuni macht das schon. Nein, kann ich nicht. Ich werde ja verfolgt. Achso. Ja. Ja, siehst du denn da, aber du bist ja da, wo da so. Oh Gott, äh, vom, ja. Stimmt, du wirst tatsächlich verfolgt. Ich hole mal Miyako vielleicht. Hilft das. Wegen der Lupe. Das bedeutet, glaube ich, einfach nur, dass wir in dem Haus noch einen Hinweis fehlen. Nein, er sagt nicht genau wo im Haus, er sagt, wo ist das Haus. Nee, hau mal ab. Ja, du musst dann in dem Haus suchen, quasi. Okay, ich suche in dem Haus. Ich habe eine Kiste gefunden. Ich nehme mir erst mal die. Alles andere. Du musst irgendwas im Haus suchen mit einem Hologramding. Okay, Hologram. Okay, Hologram. Hä, oh no. Die Form kommt für dich. Ach, ihr seid alle kaputt deswegen. Ja, dann ist ja eh egal. Ich habe nicht geschaut. Wo ist er denn? Oh, noch ist er nicht da. Oh, hi. Ja, 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 jetzt kommt sie natürlich. Alter, hier ist nicht die Treppe. Hier, hier. Komm. Wir sind aneinander vorbeigelaufen. Ja, ja, jetzt kommt auch noch die Form. Alter, jetzt kommen sie hier alle rein. Ja, ist egal, komm, komm, ja, hier ist egal. Ich finde die Treppe nicht. Hä, die Treppe ist doch hier im Flur. Problem ist, bei der Treppe ist dieses komische, ähm... Nee, ich sehe die Treppe nicht. Keine Ahnung. Finger rein. Beziehungsweise kommt sie gar nicht, weil... Genau unten an der Treppe ist das... Das ist das Sensor-Ding. Ach so, dann ist die in der Küche gewesen, die Treppe. Ähm, im ersten Stock dann. Mhm. Okay, ich dachte, die wären im Flur, weil... Ich glaube, du hättest gar nicht in Stockwerken... Welche Treppe ist nicht im Flur? Ich glaube, um zwischen den Stockwerken zu wechseln, sollte man vielleicht außen an der Fassade rumklettern, anstatt das Treppenhaus zu verbinden, weil, ähm, ja... Die Alarmanlage geht so oder so los, wenn du da reinsteigst, äh, steigst in... In deren... Reicht. Uch. Pff. Okay. Warum sind wir gerade solche Hübser? Ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen mehr schleichen lernen und so. Genau, schleichi, schleichi. Also ich bin immer noch der Meinung, das Spiel war gerade irgendwie kaputt oder buggy oder so. Keine Ahnung, da war halt nichts im Haus gewesen. Aber gut, wir gucken nochmal. Blöder Einbruch, ich hasse das. Ich, ich geh mir ganz kurz... Wieder da. Du gehst dir ganz kurz was? Cool. Da, da steht Alarminen. Sieht aus, als hätten wir ihre Aufmerksamkeit erregt. Diese verschleiten Wandler haben angefangen, überall diese lauten Dinge aufzustellen. Wenn man sich ihnen nähert, fangen sie an, Lärm zu machen. Also aufgepasst. Und nein, wir werden sie nicht quietschen taufen, Dex. Wer auch immer Dex ist. Quietschen? Wir haben uns... Ja, Quietscher. Die Alarminen. Ach, Quietscher. Wir haben uns ein paar davon gekrallt und damit experimentiert. Gute Neuigkeiten. Mit Schaum verkleben die total und die ganze Nacht, sodass man sie ignorieren kann. Ah, ich brauche mal Schaum. Blendgranaten überlasten kurzzeitig ihre Schaltkreise, aber dann rebooten die. Beeile dich also. Also, Armbrust. Wenn man einen Betäubungspfeil darauf abschießt, macht es Pop. Schaltet das Ding zwar aus, macht aber einen Höllenlärm. Ach so. Also Schaum, Blendgranaten oder Armbrust. Also Blendgranate ist nur vorübergehend. Genau, Schaum wäre am besten, weil Armbrust hat ja keiner. Hm. Äh, Schuni, hast du einen Knüppel in der Hand? Ach nee, du hast den. Meinen Haken-Seil. Meinen Seilhaken. Ja. Wie gesagt, ich finde den Elektroschocker am besten. Weil ganz ehrlich, was will ich mit dem Haken-Seil? Ich kann überall raufklettern. Okay, Kritiker. Ja. Die Stolperfallen sind aber auch so nice, ne? Wenn ihr welche habt, einfach direkt aufstellen. Aber nicht selber reinlaufen. Nee, ich gehe denen immer aus dem Weg den ganzen Leuten. Was soll ich mit dem? Also Stolperfalle, ja, wenn die hinter mir her sind. Aber sind sie eigentlich nie. Außer, weil ich der letzte bin. Mhm. Ja. Aber dann hast du eh verkeckt. Hm. Schu, Schu. Mhm. Ach ja. Ich habe gerade statt F-Schalter benutzt einen F-I-Schalter benutzt. Schu-Bag. Ja, Wolf, ja, das ist... Schu-Bag. Ist gut, ja. Hast du es mitbekommen? Cleo bestimmt nicht nahe. Mhm, mhm. Ich dachte, ich habe eine Headset auch was. Ja? Okay. Also am besten Schaumdinger und ansonsten Blendgranaten. Aber dadurch werden sie wieder aktiv und Pfeile sind zu laut. Richtig, genau. Also wenn irgendjemand irgendwo Schaum sieht, dann Bescheid sagen. Das Ding ist, wenn wir nicht gerade die Schaummissions haben, habe ich das jetzt irgendwie einmal oder so. Dann wäre ich in irgendeiner Klasse gefunden. Ja, kommt vermutlich nie vor dann, ne? Das ist genau das, ja. Und da wir bei den Schaummissions diese Dinger nicht hatten. Also dieses Spiel ist wirklich immer... Das, was du gerade brauchst, das gibt es nicht. Ja, also das ist... Wow. Ja, ist halt anspruchsvoller. Das ist nicht anspruchsvoll, das ist... Bullshit. Okay, okay. Chris, kann ich... Ja, ja. Wow. Meine schönen Dosen. Mein Pfand. Nein, nicht die Dosen. Doch. Mein Pfand. Oh nein. Die guten, äh... Co-Cola. Cleo? Co-Cola? Mit welchem Level schaltet man das nächste Gebiet frei? Mit zwölf. War das mit zwölf? Mit zwölf. Ja, kein Problem. Kein Problem. Also ich gehe nicht darüber aus, dass wir es heute bis Level zwölf schaffen. Glaube ich auch nicht. Aber das Gute ist... Das Gute ist doch, dass wir dann die Map so weit auswendig kennen, dass wir wissen, wo die Schaumdinger sind. True, true. Gut, Shuni leitet an. Shuni weiß, wo die Schaumdinger sind. Seid ihr ready for the next mission? Ja. Ich glaube, das, was bei mir die Schwächere anfahren ist, das gleichst du aus mit deinem schlechten Orientierungssinn. Hä? Ich weiß, wo alles ist. Ja, klar. Ich kann mich nur nicht daran erinnern, dass ich das suche. Oder dass ich da hin muss. Oder wo das schon mal war. Aber das im Labyrinth sieht auch alles gleich aus da. Da sind so viele Leitern und so viele Lampen. Tatsächlich habe ich mich bei Forrest immer voll schlecht gefühlt, weil ich immer voll die Last war. Aber diesmal stirbt Chris oft und oder schafft es nicht und oder verläuft es hier. Also von daher ist es okay, das gleicht sich alles wieder aus. Nee. Verstehe ich nicht. Nee, aber um Chris zu verteidigen, er ist ja nur draufgegangen, weil wir alle drei ausgestattet haben. Ja, das ist leider wahr. Du bist schuld. Wie bitte? Sorry. Aber das stimmt, Cleo. Ein bisschen mehr schleichen. Schleichen wir gut. Die Liebe schleichen. Genau, Shuni. Erstmal die Gruppe gegeneinander aufbringen. Yes, da sehe ich mich. Liebe. Ich meine, Cleo hat Chips oder was? Ist knusper da. Knusper? Hi. So. Das ist halt vollkommen fein. Knusper mir was. Ich weiß gar nicht, dass ich mir keine Kissen habe. Oh Gott, was müssen wir? Okay. Hier nimmt wirklich. Ich habe Hunger. Alles fein. Okay, jeder nimmt zwei Plakate. Ja. Wer da. Okay. Ich nehme das erste da auf den Weg. Ja klar. Und ich nehme das Allerrechteste. Das Allerrechteste. Das Allerrechteste. Ja. So wie mein Gedankengut. Kritisch. What? Weil, wisst ihr, wenn man sich um 360 Grad nach links dreht, dann ist man schon im Grunde der Richter. Okay. Wild. Hey, man kommt ja gar nicht rein. Gescheiße. Naja, wie war das noch? Dreimal rechts ist auch einmal links, ne? Genau. Ja, genau. Wird ja in den USA tatsächlich so gemacht. Die Paketfahrer, die fahren dreimal rechts statt einmal links. Dann gehe ich das Plakat auf der Straße holen. Oder vielleicht zwei auf der Straße holen. Ich hole jetzt gerade die zwei am weitesten. Oh, nö. Ich hole die an der Straße, die bei den... Was sind das? Briefkästen. Weiß ich nicht. Ich habe hier zwei Plakate eingesammelt. Zwei. Chris hat gerade die Plakate, die ich einsammeln wollte. Achso, ich habe deutlich gesagt, ich gehe an der Straße. Ich habe doch gesagt, ich... Ja. Oh mein Gott, da steht einer. Wir sind alle an der Straße, oder? Ja, hast du gesagt? Okay, wild. Nein, ich bin geschlichen, aber die haben mich gesehen. Ach, Cleo. Oh, no. Hide now. Aber ich habe ein Plakat, ich habe ein Plakat, ich habe ein Plakat. Ja, da ist noch eins da. 13 Meter da. 52 Meter. Chris, hilfst du. Wir haben es. Part. Geht ja bein. Ich helfe, indem ich weglaufe. Okay, what's next? Ja, mal so. Okay, jetzt müssen wir runter, oder was? Ja. Das Problem ist, ich habe meinen Haken sein verloren. Ich muss es retten. Das heißt, jeder geht in irgendein Haus unterschiedlich und guckt, dass er runterkommt. Wer einen Zugang findet, darf ihn gerne ansagen. In irgendeinem Haushalt. In irgendeinem Haushalt, okay. Ich glaube, in jedem Haus ist ein Zugang runter. Ich habe keine Ahnung von Haushalt. Das haben wir doch schon geklärt. Hier in dem Garten, wo ich bin, ist die Lucke, die hier nach unten führt. Ich gehe mal dahin, wo Shuni ist. Aber wir sind ja auch da, da irgendwie schreibt, wie willst du? Hallo. Shuni, nach unten, nicht nach oben. Aber hier oben ist mein... Sein Haken. Dein Haken, was interessiert mich, dein Haken? Wie bitte? Es sind hier gerade so viele in diesem Garten. Du meintest... Ähm, Shuni? Chuchu! Chuchu! Äh, na toll. Okay, der müsste in der Küche hier was sein. Ah, ich habe Klo gefunden. Hi! Hallo, Sisi! Oh, ich wollte doch runter und nicht hoch. Ah, ich hasse so was. Ach, wow, jetzt ist... Oh Gott! Nice. Ich mache mal kurz die Augen zu. Sie sehen mich nicht, also sind sie nicht da. Nee, ich sehe sie nicht, sie sind nicht da. Okay, Shuni hat wieder jemand angerufen. Ich gehe mal wieder aufs Da... Oh, nein, nicht da rein! Nein! Ist schon wieder so ein Kack... Klang-Dingsi-Bumsi. Ja! Oh Mann, das ist... Oh, man, das ist überall, ne? Ich habe... Nee, ich habe leider nur einen Blendgranat. Oh, hier geht... Äh... Shuni hier im Garten! Ist ein Luke offen? Ja! Okay, wait, wo bist du? Na, hinten im Garten. Oh nein, ich weiß nicht, wo hinten im Garten ist. Ach, da, wo du gerade hingehst. Oh, wo auch ein Klo. Guck mal, Shuni. Direkt hinter dir. Ich... Ich... Rüber gelaufen und habe nebenbei Leertaste gedrückt, weil dann hältst du dich ja fest quasi. Aber Vorsicht, da ist einer runtergegangen. Äh... Mia, du hast da was? Ja, habe ich schon bemerkt. Ich dachte nicht, dass er hochspringt, okay? Ist ein Dietrich? Okay. Das Gute ist... Ah! Ich bin runtergefallen. Wenn man sich oben bewegt, dann... Dann greifen die Teile nicht. Oh, Shuni! Vorbeistechen, Chris! Kann ich auch... Nein, geht nicht. Vorbeischleichen geht nicht mehr. Okay, ich laufe. Ich laufe dran vorbei. Alter, diese Tonteile sind hier überall. Wie soll man das denn machen? Keine Ahnung. Alter, die sind ja wirklich überall. Okay, er läuft mir hinterher. Das ist gar nicht gut. What the fuck? Was macht ihr da unten? Cleo! Es ist wie ein reales Leben Dungeon. Was denn? Ahaha, der hat mich gesehen! Oh, kann ich da rauf? Let's go. Oh nein. Hat jemand Schaum? Nee, ne? Please don't touch my tralala! Hat jemand Schaum? Nein, leider nicht. Frag für einen Freund. Nee, okay. Komm ich da rauf? No Schaum for you. No Schaum for you. Achso, ich glaube, ein Wanderer ist hinter dir. Hinter mir? Ich habe ihn abgedacht. Oder über dir. Achso, du hast dich zur Sicherheit gebracht, indem du... Ah, okay. Achso. Ich finde, wo bist du? I have found a Kista. Ich suche überall Bewegungsmelder. Ja. Ach, da bist du. Warte mal, schaffe ich das vielleicht? Nein! Ah! Grizz! Okay, ich glaube, ich habe gleich mein Plakat gleich aufgehängt und dann liegt es an euch. Ja, ich suche überall, wo ich mein Plakat hinhängen muss. Aber wenn ich schon mal hochgehen wollte, dann habe ich irgendwelche Abrufersanzen aufgesammelt. Das muss ich auch nicht high. Ah, da hinten ist was? Ich glaube, das ist dann die Quest danach. Ich gehe mal hier runter. Ich glaube, hier kann man noch hin. Ich dachte irgendwie. Ich dachte irgendwie, die Quest-Sachen werden erst spawnen erst, wenn du bei der Quest ankommst. Nee, du kannst die Sachen schon aufsammeln. Okay, high. Ich habe immerhin einmal Schaum gefunden. Das ist gut. The shape is coming. Oh nein, die Gestalt kommt für Shuni. The shape is coming. Alter, wieso sind hier immer diese scheiß Zaun-Dinge? Hi, hier ist die. Ich glaube, ich muss hier hochgehen. Äh, nee. Ich sehe die Gestalt. Aber hier ist hier schon drin. Ich habe einen Schaumsheim hier. Halt du jetzt. Ich muss eh rechts rum gleich. Nee, ich gehe glaube ich gleich wieder hoch. Geht der nach einer Weile eigentlich wieder hoch? Vorsicht, da ist ein... Wo ist wer? Hä, dieser Seer, der schweißt. Ich habe mich gesehen. Nee, ne? Ich gehe mal wieder hier rauf. Guck wie ich schleiche mir. Ich schleiche. Warte, ich kese. Kann ich das anhören, würde ich atmen. So. Oh. Jetzt bin ich schon wieder hier oben drauf. Ich schaffe es auch. Warum haben die denn hier keinen Durchgang? Wichtige Frage. Was? Wichtige Frage. Ja. Kann der Engel eigentlich wieder weggehen? Also der Gestalt? Ja. Okay. Also muss ich nur aushaken? Äh, ja, ja. Ich glaube, ich bin falsch. Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das weiß ich nicht. Es könnte sein, dass er erst dann weggeht, wenn er dich hat. Aber ich... Meine Figur hat schon häufiger gesagt, der Engel ist weg. Ah, da oben, Alter. Hier ist... Hier ist das in mir. Wie komme ich da hin? Ähm. Ich muss halt da hin, ne? What? Das ist eine scheiß Tür. Ich habe meine Plakaten aufgehängt. Oh nein. Ich bin schon wieder da vorbeigelaufen. Nice. Ich muss mal wieder... Also wirklich, dieses Labyrinth ist einfach nur nervig. Ich hasse es. Aber da hinten wäre noch so ein Plakat, aber ich habe keine mehr. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ja, wir haben ja beide keine mehr. Wir müssen einfach nur... Ah, okay. Ah! Aber ich glaube, ich habe jetzt wieder... Wir müssen einfach jetzt hoch, wir beide. Also wir sind hier unten fertig. 38 und 32. Hier ist natürlich jetzt... Also ich würde einfach sagen, Theo, wir gehen wieder hoch, weil wir können nichts helfen. Wir können kein Plakat aufmachen oder so. Ich glaube nur, hier geht es nicht hoch. Okay, da vorne läuft einer, ja? Nee, da vorne ist mir das zufrieden. Ich würde so sagen, es wäre nicht hoch. Wo sind sie jetzt? Gehen Sie, ich bin dran. Ich bin dran. Genjo. It's... Oh, hi. Klippel. Ich habe die Plakate fallen lassen. Oh nein. Es hat schon nie erwischt. Ja. Ähm, was ist das denn? Ah, was ist denn jetzt? Weiß ich nicht! Oh mein Gott! Hi, Schäber. Oh Gott, ha? Ich habe die Poster. Oh Gott. Schuhe, jetzt bleib stehen, du nümer Kuh. Engel ist weg. Nein! Gewecken! Ach nein, ach Leute. Oh nö, ich wurde gegrabt. Lassen Sie mich. Oh, ich bin noch nicht mal da. Schuhe, jetzt bleib doch mal stehen. Wo sind denn diese Dinger hier? Du blöde Brett, Alter. Fünf von sechs. Wieso haben wir denn nur noch fünf von sechs Plakate eingesammelt? Weil eins runtergefallen ist. Ach nö. Ja, von mir wurden die... Ich habe sie fallen lassen. Ach nö. Nein! Ach, ich bin so kurz vor den Plakaten, wo ich die aufhängen muss, aber ich sehe sie halt nicht mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt sehe ich nur noch... Und mit Wänden sehen solltest du sie trotzdem nicht mehr. Sie werden halt nur nicht mehr so... Nee, ich... Ich... Ja, okay, gut. Aber ich weiß nicht. Ja, muss ja hier irgendwo sein. Aber ich kann jetzt hier irgendwo... Oh, das kann nicht wahr sein. Ach man! Hier sind... Alter, das kann nicht wahr. Hier sind nur diese Leute am Start, ey. Jetzt... Ja, jetzt ist er hinter mir her. Aber er ist sogar hier in... Ach, komm her. Hier sind wir geschlägt. Ja, das war's. Das war's halt. Ach so, wenn man erwischt wird, lässt man die Plakate fallen, verstehe. Ja, Mirko, also bei mir liegen Plakate. Also ich würde schon sagen, dass wir zumindest in das Labyrinth halt irgendwie gemeinsam reingehen oder so. Also ich kann mich da... Ich weiß nicht, wo da unten irgendwelche Plakate... Also in dem Raum, wo ich bin, klar, aber wenn mir die nicht angezeigt werden... Ich erinnere Ahnung, was liegt denn da rum? Irgendwas anderes. Da geht jetzt die Tür einfach zu. Und dann... Dann... Bin ich halt in diesem komischen Raum drin, wo... Ah, okay. Ich sehe, wo ein Plakat aufgehängt werden muss. Aber du bist halt in diesem Raum. Dann geht halt irgendwo... Im hinteren Teil geht eine Tür auf. Dann kommt da einer rein. Dann kommt hinten um die Ecke noch einer und... Also... Okay. Vielleicht habe ich ja jetzt eine Chance. Ich weiß natürlich wieder nicht, wo ich bin. Schaf ist gekommen, mein... Oh Gott. Ah! Es ist weg. Angel. Es ist... Angel ist nach Schuni. So, warte mal. Jetzt weiß ich natürlich schon wieder nicht, wo die Plakate sind. Wo sind denn meine Plakate? Da oben 36, 35 Meter. Wie komme ich da hoch? I don't know. Ich sammle mal hier. Was habe ich eingesammelt? Irgendwas. Oh! Mirko, ich kann nicht. Ich kann nicht. Warte, 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 warte. Ich meine, du mich fängst doch. Was? Aufkleben? Wie aufkleben? Der Cape ist da. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, Mann. Da ist einer. Ja, so bist du. Catch me. Ich kann. Ich kann dir nicht schocken. Oh nein. Wo ist denn jetzt Mirko? Oh nein. Ey, das Spiel nervt langsam irgendwie. Da. Ja, durch die Tür. Sag mal, was ist denn das? Ich kann dich nicht nehmen. Ja, ist vorbei. Das ist vorbei. Jetzt ist hinter mir her. Ach so. Ja gut, die sind alle kaputt. Ja, das war's. Das war's. Komm hier. Nimm mich. Hab ich gar keine Lust da die ganze Zeit durch die Türzei. Nee, und dann musst du, du musst linke Maustaste drücken, du musst rechte Maustaste drücken, du musst F drücken. Du musst die ganze Zeit und du weißt immer nicht, wann muss ich was drücken. Also wenn du geschliffen wirst, hast du mir gezogen. Nee, das ist, nee, darum geht's mir nicht. Mir geht's einfach darum, ich stand hinter Mirko, hatte sie schon in der Hand, wollte sie zurückholen. Dann kommt von der Seite irgendwie plötzlich ein Typ. Äh, dann wollte ich den schocken. Das ging dann auch die ganze Zeit nicht. Dann hat er mich plötzlich nicht gesehen, dann wollte ich ihn trotzdem schocken. Und dann hat Mirko mich gemeldet, dann war ich sonst irgendwo und... Also geht das die ganze Zeit hier. Mirko, wo hast du das getan? Ja, echt. Bye-bye. Und dann bist du weggelaufen, dann wollte ich hinter dir her und dann machst du irgendwelche Türen zu. Und wahrscheinlich, ich muss durch die Tür durch. Also das ist echt... 30 EP. Kriegen wir denn wenigstens EP? Ich glaube nicht. Ach, doch, 30. Wow. Ist halt nicht sehr viel. Nee, das ist gar nichts, ist das. Die hat es nur eingesammelt und haben... Das mag ich immer nicht, dieses... Du kannst dich halt auf solche Kämpfe immer nicht vorbereiten irgendwie. Ich finde halt, da unten sind halt auch wirklich zu viele. Ja. Du kannst ja um keine Ecke laufen, ohne dass dir irgendjemand in die Arme läuft. Was ist mit deiner Drohne, Chris? Vielleicht ist die für irgendwas gut. Nee, meine Drohne habe ich ja schon lange nicht mehr. Ich habe ja mehr Health. Aber du hast sie doch wenigstens auf. Was habe ich? Achso. Nee, die Drohne kann nichts machen. Du musst aber auch sagen... Die Drohne, ich habe die Drohne auf Level 2 hätte ich machen können. Dann könnte die... Könnte ich irgendwo hinfliegen und Leute ablenken. Aber ganz ehrlich, wenn wir nicht in Leute reinlaufen, brauche ich die auch nicht ablenken. Meine Devise ist ja, geh den Leuten aus dem Weg und dann geht es schon. Nee, du kannst sie ja damit weglocken mit der Drohne. Muss ich ja nicht. Das ist ja sehr fancy. Ja, aber... Ja, die Drohne schon auf Level 2. Nee, ich muss die nicht weglocken. Weil wenn sie mich gar nicht erst sehen oder ich in die reinlaufe... Nee, darum geht es gar nicht. Wenn halt so viele an einem Ort sind, weißt du, dann kannst du mit der Drohne die alle von diesem einen Ort weglenken und dann kann man sich eventuell vorbeischleichen. Ich weiß, ich glaube, ich kann unten noch nicht mal die Drohne bestimmt benutzen oder irgendwie so ein Quatsch. Und dann musst du die wieder... Also die Steuerung ist bestimmt auch wieder nicht so geil. Beziehungsweise, wenn ich die Drohne halt steuere, bin ich halt stuck irgendwo. Also da müsste ich schon wirklich aktiv... Ich kann... Ja, ich kann es ja mal aus... Kann ich den wechseln? Warte mal. Drohne, warte mal. Ufo kosten 2 zum Anlegen. Ach so. Nee, geht gar nicht, weil ich kann die nicht auf Stufe 2 machen. Ähm... Ich habe ja... Ich habe schon 3 Punkte ausgegeben. Oder 4. 4 mehr. Nee, kann ich nicht. Nee, bringt nichts. Kann ich nicht. Ich finde die Drohne war auch echt affig, also... Hey, jetzt habe ich die Drohne schon wieder. Ich will die Drohne nicht. Heißt das, ihr habt alle auf Ausdauer geskillt? Ja. Ich auch. Ja. Ich habe auf Herz geskillt. Wild. Weil das halt Sinn... Alles andere macht keinen Sinn. Also ja, dein Telefonding... Das macht Sinn, ja, aber du hast ja... Was sind denn die anderen Sachen? Ja, die Drohne, das Ausdauer-Ding und das, was Shuni hat, also hier dieses Prank-Teil. Was gab's noch? Und dann gibt's noch einen, der der Gegner zu Boden ringen kann. Ja, aber das ist ja auch Quatsch, wie gesagt. Also, für mich war halt immer... Nee, finde ich jetzt auch nicht. Ja, nehme ich das mal. Ich finde es gerade rasant. Okay, mach das. Von denen. Ich habe halt immer gedacht, so, ich laufe ja nicht... Wenn ich nicht in die Typen reinlaufe, dann gar kein Problem. Ja, aber... Ansonsten habe ich den Elektroschocker. Okay. Also, ich probiere es nochmal aus. Mach mal. Mal gucken. Was mir aber auch aufgefallen ist, was wir irgendwie sehr selten machen, ist, ähm... Augen zu, ja. Ja, dann laufen die an dir nämlich vorbei. Mach mir die Augen zu. Die Wandler, ne? Ich hab immer noch nicht so ganz nachstanden, wann ich die Augen zu machen soll... Nee, gar nicht. Wenn die Wandler... Wenn die... Wenn ein Wandler auf dich zukommt oder so, aus seinem Weg raus, in der Ecke stellen, Augen zu. Weil sobald du die Augen zu hast, sieht er dich nicht mehr. Kann er dich auch nicht sehen, es sei denn, du läufst wirklich... Oder er läuft wirklich direkt in dich rein. Ansonsten bist du von den Wandlern zu. Das ist, glaub ich, schon mal passiert. Und deswegen dachte ich, das bringt nichts. Micha eben auch unten im Labyrinth. Der kam direkt auf mich zu. Ich also schnell auf den Weg. Da ich nicht... Ich hätte ja nicht fliehen können. Also, schleichen, nicht fliehen, sondern in die Ecke stellen, Augen zu, fertig aus. Der läuft dann an dir vorbei. Dann schnell wieder weg. Deswegen, ich bin nur am Dauerschleichen. Ich mach nichts anderes mehr. Okay, wie kann du das, Lotte? Wie kann du das? Also, wartet mal. Mia hat jetzt... Das kräftige Dings wie Bumsi. Chris hat Dröne. Ich hab die Ausdauer. Und Shoni hat den Prank. Ja, Nagi. Wenn der Wendler kommt, dann... Ein Pranky-Won. Wenn der Wendler kommt, dann schnell Augen zu und... Wenn der Wendler kommt, dann nimmt sie gar nichts mehr. Ja, egal. Egal. Heute noch? Okay. Mach ja schon. Ich bin halt... Rollator und so, hatte ich auch gesagt. Vor allem unten im Labyrinth. Ich muss den Rollator halt erstmal... Ich muss ja mal den Treppenlift finden da unten. Jede Nacht ist anders. Selbst wenn du deine Mission im selben Gebiet beginnst, ändern sich deine Ziele und die erwarten eine andere Herausforderung. Ja, das merk ich gerade. Ist hier ständig alles nie wie dasselbe ist. Schon wieder gar nicht, dass wir... Hard-Order reinigen. Ich weiß nicht, es ist von McQuad. Ich finde es halt aber auch gut, dass wir momentan immer die Quests haben, wo du halt runter musst. Hm. Voll hetzend. Shoni! Ja? Schleichen! Ich schleiche, du schleichen. Jaja. Hab ich gesehen. Oh, da ist alles auf. Oh, ja. Mané. Was gibt's denn da Schönes? Oh ja. Ein Energiewer und eine Stolperfall. Ich mag die Stolperfallen, die sind... ... in der Regieregeln. Ich kann die Stolper reinziehen. Ich mach jetzt Parcours. Ich lauf jetzt hier über den Tisch. Okay. Ich nehm nur noch den direkt. Willst du schleichen, schleichen? Ich mach jetzt Parcours. Ja, ist. Wenn du... Du kannst ja schleichen und überall rüberlaufen. Aber ich lauf jetzt direkt so 24 Meter noch. Aha. Zur Karte. Cool. Kinky? Ah, wie geht das? Was? Cleo. Oh, ach Cleo. Warum bist du in diesem Haus, Cleo? Das ist eine Kiste. Ich hab die Augen zu. Das ist gut. Cleo, du bist hier von mir vorbei. Komme ich hier durch? Hier komm ich doch bestimmt durch, oder? Nein, kommst du nicht durch. Aber Schuni hat die Stolper aufgemacht. Ach, Schuni. Hast du wieder Kick-Dies-In oder was gemacht? Tatsächlich hab ich gedacht... Nein, ich hab den Dietrich benutzt. Ah, die der? Nice. So was Pfad finden und ihm folgen. Was für ein Pfad. Ach, von Blut. Hier, hab ich gefunden. Ah. Nein, da kommt einer runter. Okay, äh, in die Ecke stellen und Augen zu. Halt! Mh, halt! Hör mir doch. Augen zu, okay, Pfad folgen. Sie antwortet, sie teilt uns auf. Ich hatte gerade Klingelstreich gemacht. Ah, Sam. Halt, die sieht zurück. Ah, nein! Was macht der denn? Okay, Pfad folgen. Wir müssen runter. Wir müssen der Blutspur folgen. Cleo, kommst du unten? Ich komme, ich komme, ich komme. Wieso? Weil er da steht. Müssen wir das vermisste Crewmitglied finden. Geht unten irgendwie rein? Wir müssen auf jeden Fall runter. Na, es sollte schon in das Haus kommen, wo wir drin sind. Ja, komm mal hier rein. Ich bin hier bei euch, ja. Ja, genau, gut. So, dann geh ich schon mal. Natürlich müssen wir wieder ganz nach unten. Oh, open it. Oh, open it. Was ist denn da drin? Mirko? Nee, schon wieder so ein scheiß Soundding. Ah, wait, wait, wait. Aber da ist das so ne... Kann ich... Entschärfen. Eine Schaumgranate hier. Kannst du entschärfen? Ah, ja, mit Schaum, ja. Ja, dauerhaft vor allen Dingen. Guy, Lombard. Vorsicht. Da ist ein Nut, da ist ein Nut, Vorsicht. Aua. Aha, aha. Er fegt, okay, gut. Ich hab Augen zu. Eigentlich wollten wir jetzt einen Schumi. Ich bin... Ich folge euch, wenn auch nur sehr langsam. Alles gut. Wir haben Zeit. Oh nein, Mirko, warum? Mögt ihr noch mal die Kiste da rumgucken? Vorne ist auch ne Kiste. Da. Da vorne ist auch ne Kiste. Ach stimmt, wir können ja das Dach markieren. Okay, ich hab auch nen Schaum. Ist er wieder aufgestanden? Die Augen zu. Das ist gut. Mal gucken, gleich läuft er weg, hoffentlich. I got you. Okay, Schumi ruft an, dann let's go. Ah? Okay. Was ist in der Kiste, Cleo? Nur nen Pfeil. Ja. Okay, der kommt wieder. Warum hab ich den nicht... Ich hab den noch markiert, warum seh ich den nicht? Jetzt weiß ich, warum ich den Pfeil da gesehen hab, weil das einer markiert hat. Vorsicht, da ist einer. Und ich bräuchte eine Person mit nem Schaum-Schaum-Ding, weil ich hab leider kein Schaum-Schaum-Warte. Oh Gott, es ist so hell hier, ich seh nichts. Wo ist denn das Ding? Hier. Da vorne. Ach, da ist der Pfad. Pfad, Finde und Beweise auf. Geht das hier runter, oder wo geht das längst? Da, ne, hier. Hier oben. Oh, hier, ihr seid auf der anderen Seite. Okay, okay, okay. Schafft das? Ja. Ich bin auf dem Stock, jo. Geht das Licht aus mir! Ach so, einer war halt. Der hat schon an meinem Namen gemacht. Hier, ich hab's gefunden. Ah, ne Kiste. Oh. Sieht tot aus. Ne, der schläft noch. Okay, was ist nächstes? Signalblockierer sammeln. Ja, jetzt gehen wir doch hoch und dann nach. So, ein Energieriegel. Boah. Was ist denn mit dem Energieriegel? Ja, nach oben, okay. Ich würde zum selben Weg wieder hoch, halt. Ich glaube, das wird ganz gut funktionieren. Waren wir hier schon mal? Wir schleichen. Ich kenn diesen Ort gar nicht. Ne, waren wir noch nicht. Ja, toll. Vorsicht, man darf diese komischen Strings-Dinger nicht. Okay, nicht berühren. Wie ist man dann irgendwie aus? Ja. Yes. Die anderen sind so, oh ja. Oh, was? Nein, nicht die Toys, denn. Was für Toys? Ach da. Aber die Toys. Was ist eine Kiste? Keine Ahnung, was man damit macht. Bloß eine Kiste. Schau und die Tricks. Und hier ist Verband und irgendeine Granate. Also wo ist... Ich bin eine Granate. Am lieben, du fangst. Weiß. Du bist die Granate. Kinky. Die Tricks. Nice. Du wartet auf mich. Mal da. Mal da. So, wo ist der Typ. Alter, das ist so hell. Ja, boah, ich sehe gar nichts. Oh, da ist ein Typ. Ich habe die Augen zu. Okay, easy. So, mal gucken, kann ich den... Ist er weg? Ja. Weeper. Ja. Wir könnten... Wir müssen an ihm vorbei. Es sei denn, er dreht sich gleich um. Ich weiß gar nicht. Was macht der da mit dem... Soll ich ihn betäuben? Nee, alles gut. Der läuft gleich wieder weg. Hoffentlich. Ich gehe hin. Oh Gott. What the hell? Okay. Okay. Könnte hinter mir herlaufen. Nice, ich bin oben. Oh shit. Oh, da kommt einer auf uns zu. Oh Gott. Äh, Augen zu. Okay, er spielt die Strings. Oh, das Ding sieht aus... Das Ding sieht wieder sehr heil aus, aber es löst nicht aus. Dann sage ich mal besser. Ja, es löst nur so in eine Richtung aus, deswegen dachte ich mir, egal. Okay. Irgendwie in I don't care, das match. Okay. Warte mal, wo ist denn... Hi, Joni. Wir reden gerade nicht vom selben. Danke. Ich bin wieder oben. Wild. Okay. Ich bin mies auch oben. Mhm. So, schleichen. Kann ich jetzt da einfach auch hochgehen? Ja, kannst du. Äh, ich will so nicht einsam. Was soll denn der Scheiß? Was machst du denn da? Ich? Hier ist ein Schleichding. Schleichding. Hi. 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 Wo soll denn das? Meinem Dach? Wie fängt du? Die Gestalt kommt für Miyako. Was? Miyako, nein. Anja. Frag mich nicht. Sag, sag Bescheid, wenn der durchs Wur ist. Nein. Sag die Gestalt einfach nein. 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 Oh, warte mal. Jetzt mach ich mal hier. Ähm. Soll ich alle Signalblocker einsam in die, oder? Aha. Na ja, es sind nur drei, in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, schnapp sie dir. Nee. Echt? Nee. Oder auch nicht. Wir müssen doch eh. Ich komme. Auf dich zu. Warte schon, wie da was liegt da vorne. Mir wird irgendwas angezeigt. Irgendwas ist da. Bye. Irgendein Gelber angezeigt. Ah. Was ist? Grüß, Miyako. Mir so, bye. Schön mit dir. Great time. Nee, der Luke ist hinter mir hier schon wieder. Ach, das ist der, der. Oh. Ja. Mir hat einfach immer. Schleich dich an. Maybe, ich will aber nicht. An den Mak... Na, 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 Miro, lass mich... Wie kalt. Schuni, wie viele Signalblockiere hast du? Drei. Ja, da musst du jetzt... Da musst du jetzt alles machen. Ja, ich weiß. Schade hat mich. Ja, sad. Ach, Cleo. Angel ist weg. Ich denke. Angel ist weg. Ach so, war Miyako kaputt. Ist wo es Miyako oder vorne? Ach, ich versuch mal dahin zu gehen. Ich muss sagen, er ist jetzt bei mir. Also, das muss ich immer... Oh, er läuft hier vorne. Oh, er ist hinter dir. Ja, er rennt da irgendwo. Nicht da denn. Ich versuch, ihn ein bisschen zu beschäftigen. Oh, er... Hey, ich bin ein bisschen zu beschäftigen. Oh, er geht weg. Ach so, okay. Ja. Okay. Hilfe! Kann ich da denn auch was machen? Ne, ne? Das wird mir zwar angezeigt, aber ich kann da nichts machen, glaube ich. Okay, mir fehlt sowieso nur noch eins hier und dann habe ich alle. Sehr gut. Problem ist, wir wissen nicht, wo wir raus müssen, sondern am Ende. Ja, sonst würde ich da schon mal hinlaufen. Er hat mich gleich, er hat mich gleich. Oh nein. Shit, 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 shit. Guck mal, setze den Signalparkierer den markierten Wandplan auf. Okay, kann ich aber nicht machen, ne? Wie ist Running in the Kreis? Nice. Shit. Oh nö. Oh nö, es kommt hier weg. Kann ich jetzt hier was aufmachen? Mach ich einfach mal das ganze Haus auf? Oh nö. Oh nö. Na dreimal die dringend. Kann ich das ganze Haus aufmachen? Äh, was, was? Lauf! Äh, wieso? Ich habe nicht mehr so viel aufbauen. Hide now! Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Ich bin die ganze Zeit nur im Flüchten hier. Hä? Ach der läuft weg. Ich habe einen Verband, aber ich glaube ich hab, warte mal. Ich versuche mal zu dir zu kommen und dich zu heilen. Mach du erstmal lieber für dich, weil du wirst, du wirst schlecht rennen, nein. Wir haben es geschafft. Verwende den Auslöser, um Eltern vor K.O. zu schlagen. Oder meinen die den Taser? Nee, ich glaube, du musst erst was sammeln. Und dann... Guck mal auf die... Ah, da drüben, siehst du das? Ja, ich guck mal. In dem Haus, da ist so ein Gerät. Ja, 26 Meter. Nee, du hast nichts gesehen, Bruder. Du hast gar nichts gesehen. Ich will nicht mehr. Das ist so cool. Das ist so eine... Was hast du denn in der Flur? You're doing all the pio-pios. Für mich ist es erfordert, ich kriege... Chris, kannst du mir die Tür aufmachen, hier hinten? Ich sieh grad nichts. Ich hab ja grad... Warte. Ich hab einen. Erst, Tür aufmachen. Achso, nee, da ist ein Fenster. Ich bin schon drin. Okay. Ich bin drin. Nice. Ach, Mann, ey. Ich fühl noch gar nichts. Okay. Okay, geh. Kannst du hier ein Fenster... Nee, warte, ich komm mal rein, na? Ich hab eine Tür aufgemacht. Super. Vorsicht vorne an der Haustür. Ja, ich weiß. Wo ist denn jetzt das Ding? Oben. Man kann der Shape aber auch nicht so komplett entkommen. Also es gibt keinen Trick oder so, oder? Nee, nur rennen. Im Labyrinth kann man sich wohl hinstellen, wo er nicht hinkommt, aber das ist auch schon alles. Der ist halt so stuck, also der kann ich weg, aber auch nicht. So. Hier, 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 hier. Keine Ahnung, was ich gerade mache. Ich suche einfach anderes Zeug, während die die Hauptmissionen machen und ich... Hä, ich kann's nicht. Ich kann's nicht drücken. Snooze. Es wird mir... Oh, Mann, was ist denn das? Es wird mir angezeigt, aber da passiert nichts. No, the shape is coming. Kann Kracher auch hier aufheben. Ja, und jetzt? Aber können wir kurz drüber reden, dass ich den schon sehr lange in Schuss halte? Ja, sehr gut. Ist mein Spiel irgendwie kaputt? Ich kann nichts machen hier. Das wird mir angezeigt, aber ich kann nichts machen. Ja, es wird mir auch angezeigt. Ich glaube, ich hab's betätigt. Ja. Aber, ähm... Ich weiß nicht, was ich... Hast du denn noch was aufgesammelt? Ich... 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 Ich glaube, ich glaube, wir müssen die... Wir müssen die Eltern hier in diesem Bereich abliefern. Jetzt ist nur die Frage. Verwende den Auslöser... Äh, Cleo, was steht auf Englisch bei dir? Deliver parents to the safe area. Ne, das erste. Und use detonator to ko-parents. Use detonator. Was... Was... Was für ein detonator? Verletzt, um nichts zu wehren. Sorry. Sorry. Ich versteh's halt nicht. Oh, ne. Er ist bei mir. Leute, ich kann nicht mehr lange... Oh, nein. Ich guck... Oh, warte mal. Er ist bei mir. Äh, äh... Schuni, du hast... Du hast mit dem Auslöser... Hier liegen die... Die... Die Parents. Die sind, äh... Ja. Die Parents liegen... Nimmst du eins? Ja. Okay. The shape has me. Was war das? Ja, the shape is coming for me. Oh, no. Ich will nicht mehr. Oh, ich bin so langsam. Oh, Mann. Ich krieg dir schon seinen Alps. Ich bin nur oder so. The parents ist so fett. Also, außerdem sind die. Warte mal. Können wir den hier vorne nicht auch nehmen? Bleib mal noch kurz stehen. Ja. So. So, jetzt dann. Ich lief ab. Oh, Gott. Weg, 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 weg. Ich... I gotta rest a sec. Körper fallen lassen. Ja. Jawoll. Ja, das ist es. Alles klar. Nächster. Okay. Äh, what do I have to do now? Oh, Gott. Da ist auch noch einer. So, eine Zielperson liegt noch da drüben. Und eine ist ganz weit da drüben. Oh, je. Ja, ich bin... Ich bin auf dem Weg, aber... Ach. Bitte sieh mich nicht. Ja, komm. Weil Cleo hält ihn ja super, super gut im Schacht. Also, äh, wenn ich einfach Leute irgendwie tankt habe. Ich will nicht mehr, Leute. Oh, was ist das hier? Hier ist irgendwie so ein Bannkreis oder so. Achso, oh, das ist eine Falle. Okay, da sollte ich nicht reinlaufen. Ein Bannkreis? Ja, so ein roter Kreis gibt es hier irgendwie. Ach, ernsthaft? Jetzt kommt man hier nicht rein, oder was? Oh, nein! Nein, 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 lass mich! Hier ist ein Fenster offen. Hier kann ich rein. Oh, nö, ich weiß nicht. Ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, no. Ich habe noch einen. Ich gehe wieder hinten raus. Kann ich hier denn mit dem... Bitte lass mich hier raus mit ihm. Oh, nein! Man kann durch die Fenster dann nicht mit den Leuten. Du musst durch die Tür gehen. Ja. Du musst durch die Tür. Okay. Mirko, wie sieht es aus? Ist da draußen was? Hey Gott, hey Gott, hey Gott! Wurde ich, äh... Einer der Elternteile ist aber ganz schön weit weg. Oh, nö. Oh, nö. Wurde ich mal in eure Nähe kommen, weil bei euch regeneriere ich Ausdauer. Okay. Könnt ihr mal zu mir kommen, bitte? Hast du keine Ahnung, wie du? Nee, ich habe gar nichts mehr. Bruder, wie gesagt, ich flüchte seit einer halben Stunde, okay? Keine Ahnung, könnte ich Sachen fallen lassen? Ich will ja auch nicht mehr gehen. Alles gut. Ich probiere mal, ob ich den dir runterfallen lassen kann. Vielleicht fühle ich das. Vielleicht kann ich ja einfach hier jetzt... Jawohl. Oh Gott, ist der fett. Er ist schwer, meine ich. Oh nein. Nein, hör auf, da rein zu laufen. Gut, dass ich den markiert... Ihr könnt die Wand laufmarkieren, dann wisst ihr, wo die sind. Okay. Okay. Okay, ich muss mal an dem vorbei, Mirko. Kann mir hier jemand die Tür aufmachen? Hallo? Wo denn da hinten? Nee, wir sind nicht, wir sind nicht da. Aber ich kann nirgendwo anders hin, hier ist alles zu. Wenn ich den Körper gleich abgesendet habe, dann vielleicht. Dann komme ich mal in deine Richtung, weil dann ist das der Letzte. Doch, irgendwie anders hin zu laufen. So, zwei. Okay. Okay, ich schaffe das doch noch. Aber ich glaube, hier ist irgendwo ein Seer. Nein, er hat mich. Nein. Oh, shit. Uh. Nee, das ist kein Seer. Greifen. So, wo ist die Letzte? Juni, hast du einen im... Ich pack sie. Ja, ja, ich habe einen. Okay. Okay, okay. Ich versuche durch den Vordereingang zu kommen. Ja, das müsste funktionieren. Ich glaube, im Haus ist keiner gerade. Nein, nein, nein. Ich gucke mal gerade. Ich gehe mal ins Haus. Ja, du kannst ins Haus durch die Tür. Alles safe. Und dann nach oben hin, oder nicht? Ja, genau. Meine komische Sonderfähigkeit braucht aber auch drei Jahre, bis sie sich wieder auflädt, ne? Hm, was du's meinst? Hier ist eine Höhle, scheiße. Wo ist der? Oh, oh. Ach, da. Okay. Einfach fangen. Jawollo. Okay, zum Ausgang. Head to exit. Okay. What's next? Ernsthaft, das ist der andere Exit. Oh, Gott. Wo ist der Exit? Oh, da. Oh, mein Gott, ist der weit weg. Der am Anfang halt. Ja. Äh, nee, bringt nichts. Oh, nö. Oh, nein, Hilfe. Oh, nein, ich häng im Busch fest. Scheiße. Ich kann mit dem Lauf. Ah, du kannst wieder hoch. Nein, lassen Sie mich. Wenn ihr, wenn ihr... Oh, nö, ja gut, jetzt hat's mich erwischt, Leute. Markiert ruhig Leute, die auf eurem Weg sind, ne? Wo ist es? Angel, Angel! Angel, Angel! Cleo läuft nach unten. Oh, Miyako. Oh, nein, ich komm da nicht rein ins Haus. Ist da was offen? Da, auf der Rückseite. Miyako, hinten müsste doch was auf sein. Vorsicht, Chap is coming! Ja, für dich. Ja, ja, wir gehen auf die Rückseite. Nee, shit, ach shit. Wieso geh ich denn... Wieso will ich ins Haus? Ciao. Ja, wegen Cleo vielleicht. Hm, müssen wir mal gucken. Ja, da musst du vielleicht Cleo holen. Ja. Juni ist... Problem ist, Chap is for me coming. Also, ich geh nicht zu euch. Wo ist denn der? Ach, da hinten ist der. Ja, 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 ja. Aber wenn du durch deinen Weg leifst, kommst du dann trotzdem halt. Okay. Also, dann nimmt dich dann trotzdem. Okay, ach so, oh shit. Nee, doch, ich hab gerade... Okay, nice, Cleo und den Korn. Ich bin. Ach so, warum schleiche ich denn? Sicher nicht. Weiß ich auch nicht. So, oh, äh, Juni, hinter dir ist einer. Ja, ich weiß. Ein Wandler. Ich renne weg. Den hab ich sogar markiert. Ja, das seh ich, dass du wegläufst. Nein! Okay. Okay, alle rein. Los, 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 los. Rein, 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 rein. Jawoll. Wir haben's geschafft, Leute. Ja. Jawoll, jetzt so. Ja, jetzt ist der Vollzeit. Jetzt ist der Vollzeit. Wir sterben so alle halb, weil das ist riesig, riesig. Ey, jetzt war doch, jetzt war doch gut. Oh ja, oh ja. Ja, gib mir die Snacks, gib mir die Snacks. Aber nur, weil Cleo ihn echt lange aufgehalten hat. Also, das muss man sagen. Props an Cleo heute. Dankeschön, dankeschön. Klap, klap, klap. Ich wollte irgendwann nicht mehr. Wie? Danke. Ja, lobt mich. Okay. So, und wann, Level Up? Ich glaub, noch einmal. Also, wenn wir noch mal so eine Runde hinlegen, hätten wir noch ein Level Up, ja. Ja. So, ich träum noch mal eben. Also, wenn wir noch mal wieder so, geht'sen. You know what's kind of funny? For a long time, I wanted Nameless to notice me, because I was trying to help her. And then I realized she was dead. And then I wanted to dance to notice me. And then she died. So, I'm thinking I'm Mike McCurry. Shattered, pal, buddy. Hate to break it to you, but you're right. You are the reason they're all dead. And now, by following the idea, you're gonna kill him too. Again. You should really abandon him as fast as you can. For it's not good. Tell it's not him. It's you. I'll be waiting. Ah, I'll be waiting. Waving. Hallo, kann ich mir jetzt was kaufen? Hallo, diese geworfenen Emotes, ein Hexenhut auf dem Kopf. Was ist das? Das ist Twitch Halloween Special. Oh. Ja, Cleo ist ja nicht schon seit dem ersten so. Ein Halloween-Fanty. Ja. Ein Halloween-Fanty, ehrlich gesagt. Oh, wow. So, was, wie viele Snacks habe ich? Oh, jetzt. Nee, ich kann mir immer noch keine Brille kaufen. Mann, no. Aber ich brauchst du seine Brille. Ich könnte mir hier so eine steile Frise machen. Alter, was ist das? Oder sowas hier. Nee. Es sieht aus, als hätte ich so einen Mob auf dem Kopf. Das sieht aus wie H.P. Baxter hier. Meinst du, siehst du aus wie Shuni, oder? How much is the fish? Wer ist kostenlos? Wer ist kostenlos? Der Fisch. Der Fisch? Der Fisch? Achso. Stimmt. Was kostet der Fisch? Oh nein. Man kann Geld ausgeben. Man kann Geld ausgeben? Nö. Ja, man kann Geld ausgeben. Oh nein, kritisch. Nein. Don't. Clee don't. Julia hat's schon gemacht. Clee don't. Clee don't. Was denn? Mhm. Geld ausgegeben. Ja, ich habe alle DATIS geholt. What the fachgottchen. Das war klar. Irgendwie war das klar. War an dem Sonderangebot. Das Spiel aber durchspielen. Was war denn? Was kann? Ja, ja. Das war ein. Oh, ich glaube ich muss Fasmo noch mal kaufen. Das war noch im Sonderangebot jetzt. Du? Muss ich vielleicht auch mal kaufen. Den Shit. Ich spiel das immer einmal, wenn ein neues Update rauskommt und dann nie wieder. Mhm. Es kam ein neues Update. Das war ganz cool. Mhm. Ja, dann. So, was machen wir jetzt? Noch eine Mission. Ja, los. Raus hier. Level up. Level up? Cleo, du kannst die Mission starten. Ja, ich bin ja schon dabei. Schneller. Cleo. Nicht hetzen, bitte. Cleo. Los, 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 los. Ich hab ein Hakenseil. Cool. Ein scheiß Hakenseil, ne? Haha, ich hab ein Master. Wow, I'm ready. Come on. Nein, ich hab einen Teaser. Taser. Ich sag mal Teaser. Ja. Ich mein, das ist mir gar nicht aufgefallen. Teaser mich. Oh no. Ich gehst das immer. Schon wieder keinem. Wir sind stehen unsere Träume. Bla, bla, bla. Maschine. Bla, bla, bla. Heute Nacht holen wir uns zurück, was uns da ist. Ich verstehe auch nicht, dass wir keine Kiste mehr kriegen. Ich bin ein bisschen verarscht vom Spiel. Ja. So ein bisschen. Da war bei dem Spiel so, du bist schon advanced genug. Du brauchst keine Kiste mehr. Genau, du brauchst keine Anfänger-Kiste mehr. Such dir deinen Scheiß selber. Ja. Ja, so in etwa. Dieser Anfang hier erinnert mich immer ein bisschen an Left 4 Dead. Okay, ich halte ja schon die Schnauze. Entschuldigung. Mach ja schon aus. Du fett, du climb ab hier. Nur da ist jemand. Was? Oh no. Hinter. Da. Was? Das ist ja auch noch der Seas. Vorsicht. Ach, der zieht uns? Markiert? Ja. Das siehst du daran, dass er eine Taschenlampe hat. Er ist hinter mir, Co. hier. Hä? Ich hänge hier fest. Ich komme nicht weiter. Ja, na dann. Das ist schon nicht toll. Meine? Oh no. Was ist das denn? Der ist sehr unentschieden gerade irgendwie. Ja. Danke. Der ist gerade. Wieso hat er mich? Der ist volle Kana auf mich zugelaufen. Der hätte mich aber gar nicht sehen können. Oh, ein Seil. Habe ich da gemacht? Und ich habe das Seil da kurz lassen, damit ich wieder alle hochkönne. Nur kurz F drücken. Nicht gedrückt halten, okay? Ihr klettert da auf den Zaun und dann springt ihr vom Zaun auf das Seil raus. Brauchst du nicht. Du kannst direkt von unten einmal kurz F. Ich habe einen, das würde ich verboten. So. Aha, aha, aha. Juni, denk dran. Roter Draht, grüner Draht. Cool. Und nimm dann auch das, Juni. Ja. Das müssen wir die Papiere, wo es landet. Ach so. Das selbe. Oh ja, das ist doch da drüben da. Ja. Ich bin halt auf den Dächern. Oh no. Auf den Dächern, auf den Fächern. Oh nein, von hier aus kommt man auch nicht auf das andere Haus. Warum baut die Häuser nicht nebeneinander? Ja, was soll das denn? Oh no. Ich gehe auf die... Ich gehe ins Baumhaus, ja. Wohin fliegt der denn? Der fliegt ja auf die andere Seite, diagonal. Auf die andere Seite, kriegt der schon hin. Das macht ihr schon. Die blöde Drohne. Oh no. Ach, die Gleiter ist oben. Die Drohne so. Oh ja. Oh ja, ich gehe jetzt nach der hinten hin. Da hinten ist gut. Total weit weg, aber es ist egal. Da ist ein Seher. Oh, der kommt direkt auf mich zu. Ich gehe mal hier weg. Ja. Okay, hier ist noch so eine Fall... Was war das? Ach, der Greifhaken. Ernsthaft? Dass du den entschärfen kannst. Ja. Oh, unter mir ist einer. Yes. Es sind denn hier gerade so viele, Alter. Ah. Wanna make more money? Ja. 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 Andy, Andy. Oh Gott. Wo fliegt die denn hin? Alter, wie schnell du den runter hast, ne? Oh no. Ja? Total angenehm. I love it. Also, man total mag ich es wirklich sehr. Und das Niederringen... Oh, hallo. Ja. Oh, nice. Also, du hast wirklich instant bis unten. Ich habe keinen Ladebifen mit. Du musst so lange und so noch warten. Ich will ja nicht sagen, aber da ist... Da ist irgendwas. Oh no, es ist ein Seher. Nee, ich will deine Hand nicht schütteln. Ich bin doch sehr gut. Bin ich hier sicher vor dem Typen? Ich hoffe, weil ich stehe auch hier. Oh nee, shit, der Seher sieht einen immer an, ja? Mhm. Oh, drei weit weg. Einfach weggehen von dem... Guckt aber nicht an... Ja, ist gerade schwierig. Ich hänge hinterm Baum. Er kommt direkt auf mich zu. Ja, toll. Bitte lassen Sie mich hier rüber. Nee, nee, da ist nichts. Mein eigenes Echo, Depp. Ja, ha. Du bist doof. Get down. Okay. Get down. Ähm. Äh, Shuni, da ist einer hinter dir. Ich weiß. Wir schleichen hier gerade so durch die Gegend. Ja. Und vor uns rett Shuni lang, weißt du so. Oh, mir... Oh, nee. Was war das? Oh, nee. Ich glaube, ich brauche Shuni. I will teaser you. Shuni, I need you. Komm doch nicht hoch. Ähm. I need you. Ähm. I miss you. Oh, nee. Ah! Oh, ja, bitte seh mich nicht. Er kann hier ja auch hoch. Oh, Gott. Dankeschön, Mia. Ich seh mich nicht. Nein, du sollst mich nicht sehen. Mann! Komm doch nicht gerade hoch. Alter, gehen die mir auf den Keks. Oder? Ah, doch so. Oh, ne Ecke. Okay. Na toll. Das Datenanfrafgerät? Ja, okay. Und geht das Ding jetzt schon wieder? Was? Ich öffne das Datenanfrafgerät. Oh, nein. Das ist immer unten, ja. Ja, das ist unten. Alter, dieser Seher geht mir echt auf den Keksen, ja? Ich geh mal hoch. Ich geh mal hoch. Einigen im Anmarsch. Guys, please. Äh, das ist hinter mir her. Okay. Alles klar. Dann, äh, let's go. Ciao. The shape is coming. Macht's gut. Oh, nein. Oh, Gott. Und ich laufe gerade volle Kanne erstmal in unser Versteck rein. Ich komme hier nirgendwo ran da. Aha, aha. Ist auch interessant. Ah, der hat nie gesehen. Lauf ich auch hier hinten durch. Wie ist das da mit? Komm mal hier irgendwie lang? Juni, lauf! Ja. Hey, warum denn? Voll versteckt. Was ist das? Ach so. Oh, das sind Dinger hier. Aha, okay. Mhm, 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 mhm. Pizza Kartons. Komme ich hier auch wieder weg? Oh, no. Wieso kommt... Alter, wieso kommt man denn hier nicht mehr raus? Okay, die Gestalt sehen. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Oh, Gott. Sie kommt. She is coming for me. Ah, oh, no. Quiet. We are trying to help you. Nein, ihr wollt mir nicht helfen. Oh, no. Lass mich in Ruhe. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ihr seid schon alle unten, ja? Okay. Noch nicht lang. Okay. Du machst das ganz Teuflschüss. Ja. Ich suche einen anderen Eingang. Wie die Fallen jetzt doch einfach schon hier oben drauf sind, ne? Es ist so frech. Ich laufe einfach hier... Oh, nein, mein Teaser... Äh, mein Taser ist fast leer in hier. Es wird schön, wenn wir jetzt alle Teaser sagen und nicht mehr... Hilfe. Es tut mir so leid. Oh, nein. Ich wollte nach unten klettern. Nicht nach oben, Mann. Das glaube ich nicht. Ich hatte das. Wo ist denn die Gestalt? Den Hut oben habe ich einmal auch... So, ich weiß nicht. Aha. Ich glaube... Irgendwer hat irgendwas... Was hat mich... Unten sind ganz viele und überall sind hier Drohnen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Mhm. Ich finde das so wild, dass ich mich hier oben jetzt richtig frei bewegen kann. Oh, oh. Du kannst ja einfach durch die Gegend laufen. Vielleicht stelle ich mich einfach irgendwo in irgendeine Ecke oder so. Er ist auch nicht hinter mir her gerade. Ähm. Wo bist du? Wer ist du? Au. Das meint, äh... HQ's got the next step. Hey, da ist ein Seher. Okay. Ah, zum... Ich könnte es vielleicht zum Computer schaffen. Hey, da ist vor euch noch einer. Ich gehe zum... Ich gehe zum Computer. Warte mal. Wenn ich in das Haus reinkomme, ohne gesehen zu werden. Sind sie weg? Er ist aus dem Gefecht gesetzt. Let's go. Okay. Oh no. Oh nein, er ist hinter mir her. Ha. Oh, hallo. Es ist okay. Aber Vorsicht, das hält mich. Natürlich hängen hier alle oben rum. Oh, na toll. Er hat mich... Hä? Die ganze Zeit ist er nicht da. Dann laufe ich in das Haus rein, wo unsere Mission drinne ist. What? Ja. Plötzlich ist er da. Da... Ich habe mich auf den Bett. So, ey. Dann machen wir das noch. Bullshit. Okay, ihr seid immer noch... Okay. Schuhen ist unten. Achso, leider bist du safe. Mal gucken. What the heck? Leo, ja. Was müssen wir denn machen? Irgendeinem Computer oder so. Aber oben. Okay. Ja, sind immer oben. Mehrere Computer. Okay, mal gucken. Mirko, er ist hinter dir her. Das ist gut, aber er müsste weit weg sein, irgendwie. Chris? Ja. Geh geblieben. Gib mir. Ich versuch's. Aber mein Verstand gehört nicht mir. Mein Verstand gehört nicht mir. Da steht da. Stimmt, der ist jetzt hinter mir her. Genau. Nein, ich bin der Falle ver... Okay. Ist hier im Haus noch was? Nee, ne? Lass mich in Ruhe. Oben sind noch zwei, Chris. Oben sind zwei. Wie? Da sind... Ach, warum sehe ich das denn immer nicht? Atme! Was heißt zwei? Zwei was? Angel ist gone. Refrain Ordner Drop. Oh no. Oh no. Ich geh zum Ordner. Ich fühlte es mit The Shape is coming so gar nicht. So. Ich auch nicht. Ist auf einen anderen... Oh nein, das war diese Mission. Was war denn das nochmal? Die Software ist auf einen anderen Computer gesprungen. Bei mir ist übrigens der Typ. Der Schatten. Okay, Miyako. Ja, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Oh ja, Miyako, komm. Komm. Nee, 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 nee. Er kommt. So. Oh. Da ist jemand. Oh Gott. Okay, 26 Meter. Mal gucken, da komm ich hin. Gar kein Problem. Aufrührerischer Begriff gesammelt? Was? Elf Meter hier im Dings? Okay, ja, wild. Kann ich da das Ding mal kaputt nehmen? Da ist ein Pimer, es läuft die Zeit ab. Oh Gott, okay. I try... Oh nein, hier ist kein Fenster auf. 22, ob ich das da hinschaffe? Ah, schwierig, ne? Ist ein Fenster offen? Mal gucken, vielleicht schaffe ich das ja sogar noch. Oh Gott, acht. Was muss ich tun? Warte, ach so, mit dem Ding. Oh Gott, immer dieses Smartphone da dringend. Aufzeichnung, ja so, habe ich gemacht. Aufgezeichnet. Zeichne den Computer an der Oberfläche. Habe ich gemacht, verifying measured. Was jetzt? Was das? Habe ich, habe ich, habe ich das? Was ist denn mal dieses Gepiepste, Alter? Weiß ich, ich weiß nicht, was das ist. Der Timer läuft irgendwie ab. Okay. Ich gehe einfach hier raus. Ich habe das ein wenigstens mal weg von Schule gekommen. Jetzt was? Computeraufzeichnen, komplett. Oh, zum Ausgang gehen. Wo ist der Ausgang? Äh... Ich sehe den Ausgang aus irgendwelchen Gründen. Ne, ich glaube, wir müssen noch... Das letzte müssen wir noch aus... Wir müssen noch die, die, die... Beweise, den Ordner aufsammeln. Ja, ich bin 21 Meter. Okay, Miyako ist auch dran. Oh nein, er hat mich. Miyako, du siehst den Wandler oder den Seher da noch, ne? Ja. Okay, gut. Okay, Schuni, wer ist hinter dir? Ja, ist der verkackt. Ich habe sonst noch einmal, einmal Schleim. Okay, ist gut. So, Ausgang, da hinten. Dass man hier keinen Kompass hat, sonst könnte man sagen, in welcher Richtung das ist. Aber wir müssen Klee holen. Wo ist sie denn? Lass mich ruhig zurück. Da hinten, oh Gott. Ich will nicht mehr verfolgt werden. Mir reicht das. We try. Oh Gott, hier ist der Seher. Shitty, Shitty, Shitty. Oh, nein, das wollte ich nicht. Klee, da hinten. Mal gucken, ob ich sie erreiche. Quiet. Leise, ja, ja. Was? Achso. Nix hier, leise. Leise schmeiße, sag ich immer. Direkt bei mir ist gerade so einer mit Taschenlampe, ich sag's bloß. Okay. Ich weiß es. Ich will eigentlich den einmal ganz kurz. Er ist aber gerade an mir vorbeigelaufen. Also, oh gut. Okay, das sieht gut aus. Oh ja. Geh ich wieder zurück. Wo müssen wir denn gleich? Und dann einmal zum Ausgang. Schuni, was machst du da? Ausgang. Ich... Ich bin im Kreis. Ausgang. Oh, Cleo hinter dir ist ein... Vorsicht. Ja. Sehr. Ich teasere dich. Was? Oh, nö. Lauf mal schnell an ihm vorbei. Ein Schokoriegel wird jetzt echt nice. Ja. Okay, erst mal ein Twix. Ah. Shape is coming. Oh, no. Ich bin im Ausgang. Hide. Okay, alles klar. Jetzt können wir hier... Wir kommen. Erscheinen reicht mir. Ah, dann fangen wir auf. No, we are back. Und ich bin direkt hinter Miyako. Nice. Ihr schafft das. Ja. 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 Also, ich finde, das ist ein Level-Up-Wert. Oh, ja. Oh, ja. 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 Gönn mal. Gönn mal, Spiel. Da werden auch voll viele von diesem Bonus-Evidence. Voll viele? Na ja, ein paar vielleicht. Ein paar, ein paar, ein paar. Bing, 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 bing. Acht waren schon mal mehr wie sonst. Mal wie sonst. Ja, Level-7. Nice. Level-Up. Wir kriegen immer alle genau... Also, gleich viel EP, ne? Nice, so, da ist so. Ich glaube, du kriegst nur ein bisschen weniger, wenn du gestorben bist, tatsächlich. Na, das bin ich nicht. So, ich träume jetzt erst mal. Seize the Grudge. Do you think someday maybe you and your sister could put away your pay differences in maybe from an alliance, considering these strong times? They prayed to mother death. Saying, strike down my foes. And she nodded, whispering, child, wait. They thought, surely now, revenge will come. I have never did it. Just before they die, they realize she... Wait. All will die... In time. Well, I was just with the lady that she held. When I listened to them and like them, I shall wait no longer. Oh, wie lange braucht die denn zum Reden, ey? Junge, 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 uh. Level 7 erreicht. Fertigkeitspunkt? Mhm, mhm, aha. Mission verfügbar? Uh. Oh, man. Was für Eis hast du? Eis? Ben and Larrys. Aha. Das für Lauchs, ich verstehe. Ja. Jen and Barrys. So, ein Punkt. Aber da kann ich mir nichts... Ah, das kostet 3, das kostet 4. Wann soll man das denn freischalten, sag mal? Naja, wenn man nicht so häufig switcht wie ich, ist alles okay. Ja. Fühl das. Nee, aber auch generell. Ja gut, ich hätte jetzt 2 Punkte, könnte mir aber trotzdem nichts kaufen. Weil das nächste kostet 3, das übernächste kostet 4. Fünf und vier sind neun. Ich hab jetzt auch 2. Das sind 12. Also 12 Punkte, 12 Level müsste ich noch aufsteigen. Ich hab einen Punkt, weil ich ja jetzt zu dem Westling-Ding gegangen bin. Ach stimmt, das ging ja auch noch, man konnte sich ja noch lehnen. Ja, nee, keine Ahnung, ich hab die Dinge nie benutzt. Ich auch nicht. Mir wird aber ehrlich gesagt immer ein bisschen schlecht. Ja, mir auch. Deswegen benutze ich das Ding. Oh, ihr schaukeltet aber auch nicht, der Zuchter. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. In die Kurve. Linkskurve. Linkskurve. Okay. Okay, true. Kuppe, 30, links. Kann ich mir jetzt vielleicht was zum Anziehen kaufen hier? Wie seh ich denn aus, ey? Ich hab übrigens von dann The Mortuary Assistance weitergespielt, in der Hoffnung, dass ich dann abgeheirftet bin, aber fun fact, ich bin das nicht. Oh, schade. Aber was wichtiger ist, ich kann mir meine Brille nicht kaufen. Ich muss sagen. Deswegen spiel ich auch so schlecht, ich seh nichts. Rangliste aufrufen, okay. Und seitdem ich Horrors spiele, muss ich sagen, ich bin viel schreckhafter. Nee, ich war schon immer so. Nee, ich hab gestern mit, ich weiß nicht, ob ich das schon, ich hab The Devil in Me gespielt. Ich hab's leider nur so im Augenwinkel gesehen, weil ich selber nicht im PC war, aber ich hatte gesehen, dass du durch die Akkus oder so gespielt hast. Ja. Das mit dem Mörderhotel? Ja. Ich hab mich viel zu Hause erschrocken. Schudi. Ich möchte über Akkus auch nicht mehr reden, das ist eine dumme Ho. Weißt du, sie so, Cleo, hast du nicht Bock, mit mir ein Horror-Collab zu machen? Und ich nur so, äh, 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 äh. Die Sache, was mich erschreckt, mich und sie macht so, oh, hat sich deine Mia erschrocken. Und ich so, ja, und? Genau, genau das. Und ich hab nur gesagt, das wäre keine Collab, das wäre Cleo Leidet und Akkus hat Spaß. Ja. Nee, es geht noch, weil du hast relativ viele Sequenzen alleine. Das heißt, wir haben uns dann halt gegenseitig gemutet. Dass man nicht in irgendjemanden anders einen Dialog reinlabert. Aber es ist halt wirklich jedes Mal nicht. Und ich hab's dann mal, und wenn man dann so eine Sequenz hat, wo man zusammen ist, und ich erschreck mich jedes Mal, kommt sie wieder so, oh, da hat sich wieder jemand erschrocken. Ich so, alt, 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 ich hasse sie, wirklich. So egal, sie ist letztens von der Arbeit oder Uni oder whatever nach Hause gekommen und war so, ja, ich gucke jetzt erstmal dein Horror-Levy, das ist ja mein Spaß am Abend. Das war nur so akkisch, ich hasse sie. Geht schon nicht. Kann ich verstehen. Ja, ja. Juni, du alter Deppstar, bist du right? Ich bin, ich bin bereit. Oh, schon, Juni, mit all dem Depp in mir. Das sieht aber ein bisschen komisch aus, was du da mit deinem Fuß unten machst, mit deinem Linken. Das Sprunggelenk, dankst du dir nicht. Wir könnten ja auch ruhig mal wieder so eine Kiste bekommen. Am Anfang hat man ja auch nochmal so eine Kiste gekriegt, aber ich hatte ja noch ein Level aufgeschrieben. Aber nichts mehr. Ich wünsche mir eine Kiste, lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir eine Kiste. Wir kriegen nicht mehr mehr die scheiß Startkiste. Nee. Ich habe ein Haken-Seil. Nice. Wow, solange du kein Haken-Kreuz hast, ist okay. Ablenkung. Ich wollte es gerade sagen, immer wenn sie sagt, ich habe ein Haken-Seil, vermute ich, dass du gesagt hast, ein Haken-Kreuz. Ich kann auch seinen Haken sagen, wenn es entspannter für... Nadel und Faden. Ich kann wieder keine Kiste machen. Ich will mich verarschen. Und Schuhe, rette da vorne weiterfahren. Wer ist diese Refrain eigentlich? Wir haben unsere Anpass-Kreuzze auch sofort gefunden. Was ist die hier? Oh ja, da war ein Verband drin und eine Stolperfälle. Wow. Nice so. Der Verband der Verbände. Der Verband der Verbände, genau. Wait, ihr seid einfach rübergeklettert? Wie der Käpt'n aller Käpt'n. Ja, klar. Immer rüberklettern. Parcours, Schuhe, Parcours. Wie machst du das denn? Parcours? Ich laufe außen rum. Parcours. So, was ist da jetzt? 111 Meter oder was? Das sieht so komisch aus, ich siehe es nicht. 112? 12. Ach so, das sind mehrere Dinge ineinander. Ja, ich siehe. Ja, ja, genau. Wow. Was ist da? Machen deine Ziele Orgie. Ach, Signalverkehr. Ja, guck, pass auf. Ich will auch einen sammeln. Ja. Ich gehe durch die Vordertür. YOLO. Hintertür ist offen. YOLO schiebt. Oh. Nee, ich mache einfach hier. Ich will auch mal. Ich will auch mal. Ja, ich habe gerade die Tür eingetreten. YOLO. Oh, warte mal. Ich mache die mal wieder zu. Die kaputte Tür. Oh, geht nicht. Hupsi. Oh nein, die kommen, glaube ich. Ich habe einen Signalblockierer eingesammelt. Oh, weile. Ich kann mich sehen. Ich bin schon zu weit weg irgendwie. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich auch verlaufen. Was? Chris. Ja. Anna, Raum. Ja, ja, ich komme ja schon. Da, was ist hier? Da kommt einer. Kracher auf hier. Da, der da. Die, der, der da. Kopfhörer? Der da, der da oder der da. Gibt es die überhaupt? Nee, gibt es nicht. Oh. Was ist next? Ein leerer Raum. Mirko, Chris, ihr habt ja zwei. Okay, ihr ver... Ja. Ja, muss man das machen? Konzentriert vermutlich von denen. Ja, ich weiß, ja. Du hast keinen Klee, oder? Nee, ich habe leider keinen. Gut, dann... Ich habe eine Evidence. Mit F. Ich glaube, du musst auf F drücken. Den markierten Wand... Aber du musst nah ran... Oh Gott! Du musst dich nah ran schleichen. Da ist ein Wandlerer direkt vor mir, den ich dann aufsetzen kann. Hallo! Hi! Jawollo! Okay, auf meinem ist schon platziert. Ja, ich kann meinem gerade hinterher. Signal blockieren... Ach ja, stimmt. Ah, oh Gott, äh... Ich mag deinen Gott nicht. Kann er mal ein bisschen kurz stehen sein, Kassel? Du darfst deinen Gott gerne lieben, denn... Dann... Mehr Liebe... Kinky? Kannst du dann weitergeben an deinen Gott. Ja, aber ich... Bitte? Hä, wie... Nein, wie verwende ich den? Mit F. Also, wenn... Du schleißt dich an den ran und an F. Aber sie bin... B... 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 Nutzen. Hä? Ja, nee. Dann... B... B... Nutze mich. Ich bin Signalblockierer. Noch näher ran. Also, du bist ganz schön weit weg. Gans nach ran. Gans nach ran. Gans nach... Gans nach... Gans nach... Wo kommst du her? Ah, das Part ist fertig. Jetzt was? Ja, was jetzt? Cool. Oh, die wieder. Okay, alles klar. Jetzt drückt einer den Knopf und dann... Dann fallen die Leute um und dann... Oh Gott. Bitte lassen wir mich in Ruhe. Hilfe. Äh. Juni, was machst du da? Achso, du rufst wieder an. Du streichst ja schon irgendwie gerne. Aber es ist immer dasselbe. Dandy, 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 blub, 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 blub. It was not a God. Do you want to make more money? Of course you do. The shape is coming! Oh no. Simi! Warum immer für dich? Hey, warum bist du so laut? Oh, da war so ein Stalker und da stand, ich soll jemand kommen, bevor er die Shape ruft, aber dann war die Shape auch schon da. Was ist denn? Was war das denn hinten? Sind K.O. Achso, nimm das, Dad. Achso. Nimm die aus dem Hinterhof. Na toll. Ich nehm die andere. Ja, nehm ich die andere da. Toll, jetzt muss ich meine wieder finden, oder was? Ich will auch noch eine entspannte Runde. Ne, das gab es nicht. So, wo müssen wir die hintragen? Äh. Da vorne, kann ich hier? Oh nein, jetzt muss ich durch die Vordertür hier. Eigentlich Cleo. Ähm. Ja, ich werde jetzt mal alle einmal. Oh nein. Ich hab. Man hört uns besser. Man hört uns besser. Oh nein, ich hätte den wieder zumachen sollen. Häng on, häng on, häng on. Oh nein. Tsunny, komm mal kuscheln, ich brauch deine Ausdauer. Lauf doch nicht weg. Wo, wo bist du? Oh, wo? Achso, da bist du. Oh nein. Ah, da ist einer. The shape is coming. Kann ich hier nicht markieren. Hier vorne ist ein, kann den mal jemand abnehmen? Ja, ja. Hier ist der shape. Oh nein. Ah. Es, es verfolgt mich jetzt. Oh nein. Tsunny, du bist allein. Ich hab heute gar zu standen, wohin mit den. Ja, die wärs einfach, wenn du aufhören würdest. Die gab es halt, den auch nicht draufzulocken, Cleo. Nein. Aber ich hab auch gar nicht rum. Nein, Cleo, hör auf. Ihr doch klar. Oh Gott, was? Nee, was? Aua. Wie? Was? Wieso? Irgendwer hat mir eine Blendgranate in den. Was ist das denn? Get down. Okay, jetzt ist hinter mir einer. Ciao. Es war's no noise. Ciao. Kiki, Kowski. Ah. Scheiße. Oh nein. Nein. Someone's watching me. Find them. Nee. Oh nein. Hier ist ein Seher. Oh nein. Oh Gott. Was ist denn das? Oh Gott. Ich hab... Ja, ja, ja. Nee, it's not okay. Lassen wir die erstmal da liegen. Oh, ich hab keine Ausdauer. Shit. Kommt so sehr schnell auf mich. Oh, bye. Ah, du auch. Oh Mann. Okay, ist auf Tsunny drauf. Ja, ist mal weg hier. Lachen wir da. Nee, ich kann nicht. Also... Ah. Nein, nein, er ist auf dich drauf. So scheiße. Als Stalker hatte ich aufgezeichnet. Fang ihn, bevor er die Gestalt herbeiruft. Oh no. Ja, genau das war auch mein Problem eben. Ich hab nicht gedacht, was ich machen soll. Ja, ist egal. Dann soll er mich halt aufzeichnen. Er ist ja nicht hinter mir her. Mein Problem ist jetzt nur, liegen halt die ganzen Leute da vorne. Ja, wobei, ich kann sie ja... Wer sieht mich denn da? Ich glaub, kann es sein. Wohin müssen wir denn die Eltern abliefern? Achso, ins Haus. Ins Haus und dann nach oben. Achso. Hab mich nur ganz gefragt, wohin mit denen? Ich find die Treppe... Wo ist denn die Treppe nach oben? Ist das nach unten? Oh nein. Ach hier, nee. Okay, ist im Erdgeschoss. Er hat mich gefunden. Guck mal, ich hab ein bisschen rein. Wo ist denn meine... Ah, da ist meine Leiche. Hi. Ah, ist direkt hier vorne. Okay, Notfalls mach ich Kracher. Irgendwann mal abgelenkt. Oh, Schu... 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 Stuhl ist... Oh nein, jetzt müssen wir noch unten. Gut. Und jetzt wir... Oh Gott, äh... Ich, äh... Hau mal ab hier. Ich bleib hier stehen. Achso, stimmt. Ja, da unten ist ja... Okay, da unten ist ja... Ja, wir können hier runter. Oh nein. Das dauert echt lange, bis man in einem Spiel drin ist, finde ich. Ja. Also wieder vor allen Dingen. Sleepwalkers built this? Oh Gott's Name. Hi, Schu... Kann jemand aus dem Chat mal googeln, wie man... Wie man den Wandler... Also die... Die Gestalt los wird? Weil irgendwie kann man den ja los werden. Ein Stück, das ist ja nicht. Ist dem nicht so? Ich hab's jetzt auch noch nicht so ganz hinbekommen. Ich weiß... Das wär cool, wenn es ist. Das ist wirklich nur weglaufen. So, ich hätte ja auch so den machen können. Okay, Club... Was ist gestohlenes Handy? Warum hab ich immer noch drei Punkte? Sind das drei Handys, oder was? Wie viel... Wie viel... Wie viel Ziele habt ihr? Wie viel Ziele seht ihr? Zwei, drei. Es sind zwei. Okay, ich seh drei. Die sind aber alle unten. Mhm. Mhm. Das Problem ist, hast du ne... Hast du ne Schaumling? Äh... Ne, ich hab so ne... Verband und so ne Falle. Ich hab leider auch kein Schaumling. Warte kurz. Achso, wegen dem Ding da vorne. Ach nee, ist es wert. Sind denn die Kisten hier vielleicht? Warte. Warte. Dieses Stalker immer. Kommt man denn hier rein? Oh, da ist noch einer. Ähm... Ach, das ist der Stalker. Hä, ich bin so verwirrt. Sleeper. Okay. Sie sind nicht evil. Okay. Ich hab nur gegratisiert. Zu Miyako. Oh Gott, wir haben gerade echt Probleme. Ja, okay. Miyako läuft einfach durch. Ciaoiii! War das geklappt? Oh nein. Wie komm ich denn? Warte, da ging man... Achso. Ich geh einfach den anderen Weg. Wie wär's damit? Nee, so shape is for me. Allee, diese Stalker sind ja mega cringe. Was ist denn mit denen? Kringe, gell? Kringe, cringe. Die laufen einem die ganze Zeit hinterher. Grittis. Also gegen die Seaworker kann man nichts machen. Aus meiner Meinung hat hier über das. Ich hab immer noch mal Quatsch. Nee, wir meinen gegen die Gestalt. Gegen die Gestalt, die hinter einem. Oh nö. Ja, also der Groß, der Mann, den man nur sieht, wenn man die Augen zumacht. Jetzt lass mich doch mal hier in Ruhe, Hilfe! Ich kann mal, ich muss zu Miyako. Ich kann doch hier hoch, ich kann doch hier hochlaufen. Ich bin, ich bin, ich bin... Vorsicht, da ist aber jemand, gell? Ach, alles easy. Ach, alles easy. Schafe, sie ist weg. Die Schafe ist gekommen. Oh, Miyako, die Gestalt ist hinter dir. Ja. Mann, warum? Aber, ich krieg das hin hier, kein Problem. Da ist ne... Beschäftig! ... ist ne Drohne. Bitte, liebe Drohne. Ich beobachte dich, dein... Nein! Ich hasse den Stalker, der ist ja mega creepy. Ich beobachte dich! Ja, mein ich doch! Und der schickt mir die ganze Zeit Bilder von mir! Der Stalker? Ich bin den eben nicht losgeworden und nur deswegen kam so dusselige Shape. Mhm. Ich weiß jetzt, wie, wie man den Shape triggert. Also. Okay. Wie denn? Wenn man, wenn man genügend Sünde angesammelt hat. Sünde? Okay. Sünde ist Lärm oder Wischwerden oder... Ja. Oder böse Seiten? Oder halt vermutlich auch ein bisschen die Sträuchelspielen, aber vor allem erwischt werden. Dann wird man verpetzt. Der verklärt einiges bei mir. Ja, du? Missed. The Angel left. Ich hole der Wischwerden. Ja! Angel! Angel! Okay. Oh, ich bin ganz nah. So nah und doch so fern. Ich hab keine Ahnung, wie ich überhaupt irgendwo hinkomme. Warte. 20 Meter, ist das da unten oder das... Nee, das ist da oben, ne? Oh, der Shape is coming. So was von... Oh no. Oh nein, er ist hinter mir. Warum nicht hinter mir? Aber du der Letzte bist. Was? Oh no. Warum sagt denn keiner was? Warte, warte, warte. Nee, hör mal. Oh, nicht, nicht... Mirko, ich hol dich! Ich weiß nicht, nee, keine Ahnung. Aua, aah! Aah! Wo bist du? Okay, das war's. Ach mann, das war so gut. Ich hab diesmal das Ding gefunden, wo wir hin müssen. Das Team so, nö. Diese Runde war jetzt schon mal eine Foam-Bombe auf die Shape geworfen. Ähm, äh... Ähm... Äh... Du siehst den... Nee, du siehst den ja nicht. Man kann, man kann, man kann, man kann, man kann die Fallen und die Gegenstände auch gegen den Shape benutzen. Also ich hab zum Beispiel Stolperdraht gegen, gegen den Shape benutzt. Es hält ihn aber nur kurz auf, es knockt ihn nicht aus. Es knockt nicht die anderen aus. Ja, danke. Ja. Und ich hab jetzt nachgelesen, es ist wirklich, es ist halt wirklich so, dass, ähm, wenn man erwischt wird und laut ist, vor allem, wenn man laut ist, ähm, das triggert dann den Shape. Wenn man lange genug, laut genug, äh, war, dann, dann kommt der. Ah, das heißt, eigentlich, die ist sehr, ist sehr süßig. Ach, deswegen kommt er nie zu mir. Wow. Wow. Naja, also, nur, ne? Ja, aber, Cleo greift ja immer als erstes an, ne? Ja. Du hast eine ganz schön große Fresse dafür, dass du beim letzten Mal immer die erste warst, die gestorben ist. Ja. Jetzt, ähm. Nee, 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 Fräulein. Du bist immer die erste gewesen beim letzten Mal, weißt du? Und jetzt, ähm, guck an, Cleo, der wüscht ja immer so, äh. Donner Kuppel, Donner Kuppel, kaputt. Was, wer ist kaputt? Genau das. Oh, go. Wer ist kaputt? He's amazing. Ich will eigentlich nur wissen, wie man den loswann, aber ich glaube, der bleibt dann wirklich bis ganz kurz. Ja. Also, ich glaube, das Ziel ist es halt, ihn gar nicht erst zu rufen, ne? So. Und, naja, ich glaube, der kommt nach einer Zeit so oder so, aber wenn wir leise sind, dann kommt der sehr viel später. Ja. Also, ich glaube, du kannst ihm auch nicht hinkommen, weil ich habe es auch so verstanden, dass er früher oder später auf jeden Fall kommt. Aber du kannst es halt ein bisschen nach hinten ziehen, wenn du halt ihn nicht auf dich aufmerksam machst, quasi. Hallo Team, bin ich wieder da? Ja. Okay, das war ja wild. Okay. Oh, das ist... Aber neuerdings hast du ja noch diese komischen Stalker, die auf einmal hinter dir stehen und dann halt sagen, hm, ich beobachte dich und du bist so... Ja, stimmt. Also, die fand ich in der Runde jetzt ehrlich gesagt echt nervtötend, weil ich habe nicht verstanden, was ich mit dem machen soll. Weil wenn ich ihn angegriffen habe, dann war er halt kurz platt und dann, ja, hat er weiter gestalkt. Das ist ein Stalker. Wild. Nee, aber da steht auch, dass die Person mit der höchsten Sünde, dass die halt verfolgt wird. Steht auch noch da. Zum Beispiel die Schlösterknacken und so, das generiert ja auch Sünde. Sünde. Schande. Ja, Schande. Und ich glaube, wenn man verpetzt wird, also wenn man erwischt wird, dann auch. Das erklärt, wie gesagt, warum es mich so oft erwischt hat. Oh, als Tipp steht da noch, ähm, als kürzester Kommentar, stand in a cage. In einem Käfig stehen? Gibt es da Käfige im Spiel? Ich habe noch keinen einzigen Käfig gesehen. Mhm. Also nur zur, äh, also falls ihr mich hört, ich habe gerade immer mal wieder ein, zwei Disconnects irgendwie. Okay. Das ist am Stream. Mhm. Habe ich ja noch nie gehabt. Das ist ja komisch. Aber ich dachte erst, oh, wieder Freeze, aber nee. Disconnects hast du ja noch nie gehabt. Nee, ich habe immer noch Freezes gehabt. Aber ich habe gerade tatsächlich wirklich, ich habe Disconnects. Ich habe, ich sehe gerade, dass OBS immer wieder versucht, sich zu verbinden. Ja, er blinkt ja auch die ganze Zeit. Mhm. Aber ich, das, ich höre euch halt noch. Das ist wild. Vielleicht liegt es an Twitch gerade. Naja, Twitch oder OBS oder so vielleicht. Nee, OBS ist alles gut. Licht an, Licht an. Also, weil in OBS läuft noch alles. Mal gucken. Versuch Nummer drei. Hm. Ist ja komisch. Na gut, ich habe hier die Aufnahme zum Glück. Hm. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist gerade irgendwas. Vielleicht geht gerade, soll, vielleicht geht gerade der Mond oder die Welt unter. Hm. Bitte nicht. Ja, erst mal die Erde, bitte. Danke. Wobei, nee, ohne Erde fliegt der Mond ins Weltall, ne. Wäre auch nicht so gut. Warte. Hui. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Irgendjahr, wir sind jetzt bei Versuch Nummer vier. Ich weiß nicht, was da. Hey. Es war very, very funny. Und es tut mir sehr leid, dass ich so laut bin und ständig so viel angelockt habe. Dann war ich. Einfach funny. Es hat das Spiel angespeist. Aufgespeist. Ja, genau, genau. Ich wollte für sie spicen. Ja, richtig. Guter Konten und so. Ja, genau. Guter Konten. Wo ist die ganze Spannung bei Sie, wenn der Shape nicht da ist? Für Action. Oh, hier liegt ein Buch. Ja, ich habe es auch gerade. Ich habe ein Stalker-Dossier. Ja, leckend. Wow. Scheiß Stalkern. Stalker-Akte erhalten. Du hast eine Stalker-Akte gefunden. Mit einer Stalker-Akte kannst du auch noch in andere Sitzungen eindringen und gegen die Spiele agieren. Lol. What? Boah, geil. Das heißt, die Stalker sind quasi andere Spieler. Boah, wer von euch Spielern hat uns sabotiert? Nein, nein, nein. Also irgendjemand. Du kannst in irgendeine Runde, glaube ich, rein. Ja. Wenn ich den erwische, ich verfolge deinen IP zurück. Kinky. Kinky. Wait, heißt das, dass der Stalker vorher auch jemand anderes war? Ja, das waren dann wahrscheinlich echte Menschen. Das waren Spiele, ja. Ein echter Mensch. Oh nein, und? Seht ihr das hier? An dieser Tür kann man zum Stalker werden. Habt ihr das gesehen? Hier, an dieser Tür kann man zum Stalker werden. Ja, wenn wir halt aus der Runde sind. Oh mein Gott. Cool. Wahrscheinlich, wenn natürlich, wenn jemand gefunden wird, dann ist es KI, aber sonst, okay, das ist ein Reis. Ja, Chris, streamen es offline. Ach, Mann, no. Ja. Funny. Oh, nö, Grizz. Ja, aber ich geh mir jetzt was zu essen suchen. Ja, so was weiß ich. Ja, ihr müsst nur dran denken, wenn ich jetzt auf dem Spiel rausgehe, dann schließt ich die Lobby. Oh nein. Ja. Aber ich glaube, Ja, gut. Ich kann auch sonst kursieren. Ja. Ja, ich glaube, wir können einfach auch fortschritten. Aber dann für den Spaß, für den Spaß, äh, nee, für den Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank für den Spaß, ja. Viel Spaß für den Dank. Viel Spaß für den Dank, ja. Call me again. Wenn man Lust hat auf einen Horrorfilm, 21 Uhr, wir gucken Smile, ne? Ich sag's bloß nochmal. Wird da gelacht? Hast du ein Opfer gefunden? Das kenn ich gar nicht. Hm? Nix. Ähm. Ich würde das Spiel fühlen, wenn wir das nochmal machen. Irgendwie habe ich gefallen und Blackout Club gefunden. Ich meine, es ist anspruchsvoller. Aber irgendwie macht es auch ein bisschen spicy. Also mein inneres Ziel ist immer noch, dass wir Stufe 12 schaffen, damit wir die nächste Map noch kriegen. Aha. Oh, das ist aber wild. Ja, okay. Wildes Ziel. Okay, wir sind halt wirklich noch nicht sieben. Richtig weit. Ja. Wir hatten ja auch gerade mal zwei Sessions, also es ist ja auch nicht so viel. Ja. Ja, stimmt. Ja, aber wir können ja nochmal schauen. Also ich wäre auch nicht abgeneigt zu sagen, wir machen das nochmal. Mhm. Vor allem, weil ich die Runde wieder immer sehr angenehm finde. Ja. Ja. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen Wunderschönen Abend. Vielleicht. Dieses. Die gibt es viel Spaß bei den Cowboys. Danke. Ja, bis 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 bis. Ja, bei, bis. Da, tschu. Bye, bis. Bye, bis. Netzwerkverbindung unterbrochen. Ja gut, hier ist ja sowieso gerade alles am Sterben. Dann gehe ich hier glaube ich auch mal raus. Jo, mach das. Okay, bye bye. Vielleicht klappt es ja noch mit deinem Internet. Ja, mal gucken. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal einen Upload-Test, aber bei mir ist alles in Ordnung. Also das muss an Twitch liegen. Ist ja ein mysteriöses Planiger. Ja, Twitch hat manchmal echt kacke. Ich habe es auch schon ein paar Mal gemerkt, dass das OBS und Twitch gleichzeitig zusammen im Kombi ist. Also ich habe jetzt seit fast zwei Jahren habe ich jetzt Telekom seitdem nie Probleme gehabt. Deswegen, das wundert mich. Mal gucken. Jo. Udi. Ja, selber. Bis dann. Tschüssi. Bye bye. So, ja. Ich würde ja gerne sagen, hallo Chat. Jetzt sind wir wieder alleine hier, aber jetzt bin ich tatsächlich. Oh Gott, ich bin alleine mit mir. Oh Gott. Jemand muss mich helfen. Jemand muss mich helfen, ja. Ist das quasi YouTube-exklusiv. So, ich mache mal ganz kurz hier einen Speedtest bei mir. Das ist ja mysteriös. Also OBS versucht sich immer noch zu verbinden. Hat Twitch mich gelöscht? Hm. Offenbar. Ich muss echt mal gucken, ob Twitch irgendwie... Twitch... Ich... Ich war nicht böse Twitch. Ich war immer ganz nett. Es tut mir leid. Twitch, bitte bonk mich nicht. Okay, Download ist schon mal am Start. Upload ist auch am Start. Hä? Was ist denn das? Habe ich... Habe ich bei... Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. Ich gucke nochmal in meinen Twitch. Das liegt bestimmt daran, dass mein Geschenk-Abo bei Marco abgelaufen ist. Oh no. Oh no. Sas, ja. Nö, also mein Internet ist da. Ich versuche gleich einfach nochmal, ähm... Den Stream zu starten, um zu gucken, dass wir hier keine Probleme haben. Nicht, dass ich da irgendwas... Dass ich mit Twitch irgendwelche Probleme habe. Aber das kündigen die ja eigentlich an. Ich glaube nicht, dass man... Ich wüsste auch nicht was. Naja. Vielleicht war Blackout Club zu krass. Alles klar, Freunde. Ja, dann gibt es heute leider kein Raid. Ähm. Aber falls ihr das nochmal hier irgendwann im Nachhinein sehen solltet. Danke fürs eingeschalten haben. Lasst mal gern ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns dann, äh... Demnächst wieder... Hier... Ähm... Entweder... Mit Blackout Club... Oder... Also ich kann ja theoretisch... Äh... Pass auf. Ich... Äh... Ich gehe sonst einfach mal... Ach nee, ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht raiden, wenn ich nicht online bin, ne? Man, no. Voll sad. Ich... Ich gehe aber trotzdem einfach mal hier rüber. Ich glaube, ich... Probier es einfach nochmal. So. Wir gehen trotzdem mal hier rüber. Ähm... Dann kann ich euch nämlich erzählen, dass morgen kein... Warum erzähle ich euch das eigentlich? Dass morgen... Ist doch für euch jetzt egal. Morgen ist kein Stream. Sonntag wieder Karaoke. Also wir sehen uns gerne wieder beim Karaoke. Bis dann. Ähm... Karaoke war letzte Woche bestimmt richtig cool. Und äh... Karaoke ist bestimmt auch... Diese Woche cool. Ja. Immer sonntags. Also bis dann. Bleib dran. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü würde ich ja jetzt den Raid starten und dann würde sich hier alles automatisch... Aber es geht ja jetzt nicht. Wie beende ich denn manuell den Stream? Ich würde einfach sagen, ähm, winke, winke, lasst euch nicht von Twitch beißen, ähm, beißt uns zurück. Twitch, was ist da los? Also dann, bis dann, tschüss! Outro